gibt es noch kaffee natürlich nicht ja einen wunderschönen guten morgen blöd so lange schon nicht mehr gemacht ich begrüße erstmal die leute im ts den florian janik die lexer den matthias die ratte und den orlex und michaela und dann versuche ich noch den letzten schluck kaffee zu nehmen ihr seid auch schon alle hier speed gaming uhle ruhrpott janis lewe slipper brain jh philipp landwirt lw fans 724 wo die ls jh ja haben wir eben schon bene auch moin euch ja schön dass ihr alle da seid auf dem kfreitag michael moin ja sehr geil heute starten wir mal ein bisschen anders wir haben dann noch so ein paar sachen die wir eigentlich noch mal loswerden wollen so drei geschenkpakete so kleinere ich würde sagen das fangen wir jetzt mal mit dem ersten direkt an hier riko moin chris jonas weißt du ganz genau wann du mitspielen kannst und wann nicht wie er vorher war moin dies moin falk nisomo nisom nisom heißer night moin mars auch moin wenn sie konnten rasten die zuschauerzahlen aus ja das ist doch gut so pass auf hier ein wort in den chat ihr kennt dieses spiel ich sage vorher mal ihr müsst und wenn ihr gelost worden sei dann bei youtube eine privatnachricht checken das geht ganz einfach ihr geht auf unseren kanal auf kanal infos und dann private nachricht senden das ist nicht so schwierig wenn ihr dann gezogen ausgerollt seid und gewonnen habt kontrolliert eure youtube einstellungen sollte bis jetzt jeder gemacht haben weil es ist ja nicht das erste mal dass wir das so machen ja zu gewinnen gibt es als erstes mal noch eine geile new holland trinkflasche die ist schon richtig geil hier oben mit sonnen mit so einem düdel band banzens anhänger teilchen das ist einmal der bestandteil das mal eben ein bisschen wieder ein tor als moin let's play tv auch moin dann haben wir noch eine fliegen klatsche für diese jahreszeit bietet sich das ganz gut an das fliegen klatsche andere mucken badger richtig dann haben wir von der firma amazone auch ein paar sachen bekommen ist natürlich grün dieser stift ganz klar aber steht amazonen drauf dann haben wir noch so ein tolles bändchen hier die kennt ihr sicherlich auch alle hier schlüsselbänder ganz geile geschichte zu dem schlüsselband gibt es da noch einen flaschenöffner für die etwas älteren leute unter euch so kann auch cola sein ja kann ja auch cola sein eine tüte bonsche haben wir ja auch noch die haben wir immer ganz vergessen von der firma wüstenberg immer noch über die sind nicht schlecht also und weiß nicht ob man es sehen kann doch kann man es ist nur verkehr drum northwest gaming mousepad das ist eigentlich so dass da haben wir noch drei stück von die werden wir jetzt hier in diesem stream alle mal loswerden wollen müssen dürfen die können ja nicht ewig hier bleiben die können wir unter die leute bringen das ist das was es zu gewinnen gibt adri moin arie auch moin dd moin ich habe bestimmt ein paar vergessen jetzt aber auch moin an die die ich vergessen habe vielleicht noch mal das mousepad einmal auspacken warum kommt man noch sehen wir schreiben alle in den chat das wort haus groß geschrieben haus das wäre optimum wäre cool wenn wir das hinbekommen ich stelle mal ein wecker dass das sind wieder nicht zu lange dauert also haus haus joshua moin ja war auch mal ein ls spieler moin agrartechnik m&s sugar boy auch moin cool gewinnspiele ja moin was gibt es zu machen torben moin benjamin au moin genau haus sowie der speed gaming und der let's play das geschrieben haben ist gar nicht so schwierig ich muss hier nur mal im wecker stellen sonst haut das wieder alles nicht hin hier das machen wir mal als erstes und dann machen wir zwischendurch noch mal oder wie auch immer hätte mich irgendeiner ab also haben wir hier mal noch drei minuten und dann läuft das ist der haus das läuft ja richtig gut mit haus ja jungs wie geht es euch wir haben uns ja eine ganze zeit nicht gesehen haus 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 nicht sascha nicht komplett groß geschrieben h groß der rest klein jetzt kommt einmal schreiben lange ich wollte hier mal ein mal richtig weil wie ihr seht ist man dann hier schon in diesem raffel drinnen ist der sugar boi hat also auch hinbekommen sehr gut ja dann kann ich mir noch mal fix was zu trinken das mausplatte ist echt cool ich hab noch klar sein moin erst mal einen halben nein das läuft doch wunderbar flash platz and more noch nie gesehen noch nie gesehen aber wenn es was zu gewinnen gibt immer vorne dabei stefan 9 ja klar sein moin christian auch moin läuft ja besser als marktkauftüte mit hart zum beispiel ich bin schon ganz gespannt hier mann in die drei minuten jetzt um immer noch anderthalb schon wieder ungeduldig fan 9 kapfenangler ist mein lifestyle 50 von 19 sascha einmal reicht was wird verlos haben wir eben gezeigt vorrangig ein mousepad von northwest gaming ich packe das jetzt nicht aus weil es so original verpackt ist ist deine dna da brauche ja meine dna pascal moin hey ken nn moinsen noch nie gesehen wer ist denn hey ken kann man die nachrichtenbegrenzung ausschalten wie nachrichtenbegrenzung was finde nachrichtenbegrenzung ja das musst du in deinen auf deinem kanal musst du das ändern ihr müsst uns eine privatnachricht bei youtube schicken damit wir wissen dass ihr das sei wir haben das zwischenzeitlich mal mit doch über ich folge euch doch bei facebook aber sonst scheiß machen wir nicht dann raffeln wir direkt nochmal neu aus wenn das nicht funktioniert weil sonst dauert das einfach zu lange dann kommen wir nie ins spiel ne ich muss auch noch hier wird der wecker die eier sind fertig ich rolle aus wir rollen an die fab jo herzlichen glückwunsch dir du hast das ganze gewonnen bitte schreib uns bei youtube eine privatnachricht und dann kannst du direkt deine adresse und deinen richtigen namen mit hinschreiben richtiger name ist auch immer so eine geschichte wir haben schon beim letzten mal einen gewinner gehabt der war nicht auffindbar und hat auch nicht mehr geantwortet und nach ein paar wochen haben wir ihm dann ultimatum gesetzt aber andy schreib uns mal bei youtube eine nachricht bitte privatnachricht direkt bei uns auf dem kanal kanal info und dann nachricht senden herzlichen glückwunsch ne ja auf jeden fall hausschreiben genau speed gaming ls 17 hashtag zocker was muss man dafür machen bin erst gekommen ja vorbei aber wir haben ja noch mehr wir haben drei pakete insgesamt heute die wir raushauen soviel kann ich schon mal sagen wann das der fall ist mal sehen ne uschi die preisgewinnerin des goldenen dings bommens ist auch aufgestanden sehr gut ich guck mal ob ich schon eine nachricht bekommen habe an die an die noch habe ich nichts rasmus moin was hat er gewonnen tobi auch eben gezeigt auf jeden fall ein maus pad fliegen klatsche trinkflasche von new holland was war noch dabei schlüsselband taschenöffner genau und bonn schiss äh klaas lexion 55 moin matteo moin wie heißt dein mikrofon das ganze headset ist das g430 halti gosh uchi ich hoffe heute sehe ich nicht so bekifft aus wie letztes mal wann geht es los philipp wenn uns der andy hier eine nachricht geschickt hat dann werden wir ihm nach dem stream natürlich direkt antworten ich will nur sehen dass das hier dass er jetzt hier eine nachricht schickt ansonsten werden wir hier noch zwei minuten auf eine nachricht warten ansonsten raffeln wir das ganze nochmal neu aus ich stelle den wecker ab jetzt andy du hast noch zwei minuten ansonsten ziehen wir direkt weiter hier muss ein bisschen doch rein ne wenn ich auf dem feld nur stehen bleibt ist ja auch blöd hat er bisschen stress oder was ne ich habe bremse mit koppelung verwechselt genau die verlosung ist schon vorbei richtig aber moin an die an alle nochmal zusammen schönen karfreitag wünschen wir euch ich glaube da spreche ich im namen aller immer noch keine nachricht dieses warten du hast dasselbe headset wie meine frau oder weißt du welche sie hat hast du es eben gesagt nö aber bestimmt haben wir das schon mal gesagt für dein headset hat es aber ein richtig gutes mikro findest du ich finde das mikro relativ bescheiden muss ich sagen vielleicht schaut er gar nicht mehr zu ja das ist das ist natürlich so ein ding das wäre nicht so gut ne aber vielleicht sagt er auch mal was im chat ich habe lange nichts mehr gelesen frohe ostern ja ist noch nicht ganz max zockt aber matteo ist vorbei brauchst du nicht weitermachen die verlosung ist schon vorbei der andy fatt hat gewonnen aber der hat auch nur noch 28 sekunden und dann racheln wir das neu aus jan hd moin patrick auch mal schön noch zwei anhänger der das logische tag 230 oder richtig richtig ps4 gamer lp hashtag 9 h 2 köln richtig richtig gut kriegst zwei daumen sehr geil dass aus seiner klasse auch welche hier sind schreibt man direkt bei euch in die whatsapp gruppe siehste andy ich aktualisiere jetzt noch mal entweder du hast geschrieben oder ja halt auch nicht für die anderen würde ich sagen schade andy ich raffle das dir direkt noch mal aus Thoralf Matthias Els du hast jetzt gewonnen sehr gut jack daniels moin xgamer hd moin herzlichen glückwunsch Thoralf bitte schreib du uns eine Privatnachricht bei youtube bitte jetzt sofort und auf der stelle auch andy du schlafmütze ja du bist voll oder hd moin zockst du heute ich bin ja wir zocken gleich ls nur wir wollen hier einmal schnell die verlosung über die über die bühne bringen einmal schnell hat mir gefallen Thoralf Thoralf bist du noch da mir auch Thoralf Thoralf apigaming moinsen Markus moin Markus hat auch schon mal was gewonnen ne Bonifatius sehr geiler Zug von dir finde ich richtig gut Henrik moin andy fab hast ja zu spät tut mir leid andy aber wir haben hier ca 5 minuten auf deine antwort gewartet es kam keine reaktion und danke fürs abo wer auch immer ich habe noch gar nicht gekickt siehste den habe ich natürlich wieder direkt vergessen züge im münsterland danke fürs abo schön dass du dabei bist sehr gut ähm Thoralf bin da gut hast du privat nachricht bei youtube geschrieben das wäre richtig richtig geil wenn du das geschrieben innerhalb von 30 sekunden wäre großartig ja henrik 16 moin trackback trackback ist vorbei brauchst nicht mehr schreiben Fabian ja mein geraden kurs ihr seid das beste team vom live stream ja danke michael danke danke auch können wir auch so durchziehen fischer meinen moin Florian moin lass es doch Ratte bagalut max moinsen mach mich mal lieber ab hier so Thoralf ja das geklappt henrik der 16 max xgamer hd danke für eure abos schön dass ihr dabei seid so Thoralf es ist neblig Thoralf hat geschickt das geht raus an dich wunderbar respekt dafür auf jeden fall hat super geil funktioniert ich schreib dir mal ganz kurz zurück ich das jetzt an das was zu gewinnen gibt dass wir 107 zuschauer haben oder ja wahrscheinlich johannes auch moin justin moin ls zocker nein jannik moin lohnunternehmen reif was gab's zu verlosen so sachen sascha so sachen schließen dann machen wir die weg und das auch und dann müsstet ihr einen schwarzen bildschirm haben sieht sehr gut aus und dann stoppen wir mal ls und dann können wir direkt mal loslegen hier mal gucken Calvin Calvin Moin Janek beruhige dich bitte Fabian du kannst doch einfach einen neuen Kurs machen Ausrufezeichen gar nicht fahren Danke Pascal Aber wir sind doch noch nicht mal angefangen Mensch Wollen wir? Wolltest du einen geraden Kurs haben? Mach doch mal Ich mach aber vorher das Dreck hier weg Ähm Wieso gibt es eigentlich kein Bild? Hm 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 welche sachen dky danke fürs abo und börte agrar videos 03 auch hier danke fürs abo brauchten einmal gedreht und einmal ausgeschüttelt quasi ja lucas ls zocker 90 auch an die die ich jetzt hier übersehen haben die idee du schon wieder ja aussieht das hat die richtige ach so du meinst dass du nicht fahren kann ja du alles halb so schlimm jonas 90 den vergessen ich glaube so ein hafer dreschen heute als erstes haferlager ist leer 123 können wir mit zocken video beschreibung lese britta mann aber gar nur durch eine erfahrung gewonnen salat in den tag stefan morin und lu 29 10 danke fürs abo schön dass dabei ist und jetzt könnte die synchro dauert auch immer länger neuerdings und nicht den daumen vergessen für was nimmst du das geld wenn ich fragen darf hast du den donation goal gesehen was steht da drüber masse martin moin ja grüße zurück nach österreich levy slipper nicht levy ich habe sie im stream noch 4.000 ja das hat letztes mal schon so lange bei mir gedauert und das auf dem wlan kabel das kann natürlich sein sascha sascha moderatoren haben wir ja genügend moritz moin simon das ist er geht doch immer meyer und das grummel auf 9 9 zusammenblatt 123 du fährst auto und schreiber ich danke dir für deine donation sehr geil hier bekommst dann auch du mal zwei daumen richtig coole sache und direkt hinterher michael danke 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 auch du bekommst zwei daumen richtig cool feiner zug von euch danke für eure unterstützung für zwei daumen wie was ja ich habe nur und ihr wisst was das heißt für die beiden bitte einmal herzchen in den chat so ich wollte aber in 8 erne am besten oder habt ihr da jetzt ein abfahrer gespannt weiß nicht brauchen wir noch was gerade abfahrer also du könntest nur mit dem trecker kommen da stehen aber ich muss erst mal das hässliche gewicht hier vom feld loswerden danke moin auch kein gewicht zum abfahren richtig cool bauer 30 moin simon jans schleck moin ihr seid bei feld 56 28 20 fast da seid ihr am anfang hakt es immer ein baby das legt sich gleich so viele fahren wir hier unsere kühe mal über aber es ist am anfang komischer weise immer so nordseek gaming meine güte was erweck sich denn heute kupplung mit bremse das ist schwierig dann lass mich mal florian lämmer schauen wir mal da war da noch mal runter kriegen ansonsten wie geht es euch jungs mädels mich eben abfahrt wieder er das legt sich irgendwie ist das komisch immer wenn ich auf dem server join direkt das erst mal die ersten minuten aber wenn ich vorher joinet dann auch das irgendwie mit obs und dem ls 17 die beiden sind sich nicht ganz so grün habe ich manchmal im gefühl ich habe auch gesehen für ubs gibt schon wieder ein neues update aber ich weiß nicht ob ich das ziehen soll bis jetzt habe ich immer nur schlechte erfahrung gemacht mit irgendwelchen updates ziehen agrargologistik hd wo der her ist ja muss man im internet ausrufezeichen der pot ist voll glas fan reiner ich danke dir auch für deine donation richtig cool der pot ist voll damit hast du recht danke dafür an alle die da mitgewirkt haben richtig cool und herzchen auch für dich reiner benjamin du gehst gleich rein ja hört sich doch gut an johnny gti moin wo sind die anhänger hallo oben direkt im feld du musst höher ich muss höher entgegen gesetzte richtung fahren ach so ok alles klar slapper ich wünsche ihren entspannten freitag schöne ostern und bis zum nächsten mal richtig gut da oben stehen weil ich mache den zirbel dann auch eben weg sage ich doch oben stehen die ja jetzt weiß ich auch wo du meinst bin ich schon voll ne ob es 12.000 sind drin da haben wir ja wenigstens mal ein bisschen leer lauf hier erst mal was fällt hier alles runter ist da hinten der drescher voll ne was ist denn team speck wo steht das team speck bei uns ne sonst musst du mal gleich bei mir mit dem headset da oben jetzt habe ich sie auch gesehen hast du einen gemacht das gute team speck haste wird man es auch aktiv dabei ja sehr gut ja ich weiß aber dass ihr wisst ihr auch wie das mit meinem fahren manchmal so ist ne ist ja nun mal so support ist kein mord widmen was willst du uns sagen willst du schon gehen du bist doch gerade erst gekommen mensch ich glaube er will einfach nur mal sagen dass wir alle einen daumen haben wollen das aber schmal gemacht gerade und so nicht einfach stehen bleiben bleibt mal stehen hier was hast du denn jetzt 10,5 ja 10,4 so mach mal voll gerade und diese ground response kennt ihr dieses ground response bei uns haut das eh irgendwie nicht so ganz hin wir haben da ein bisschen was verändert aber irgendwie sinkt der 7r wie ihr seht ich kann das auch mal zeigen das ist echt heftig hier auf normalen trockenen acker das frontenricht liegt quasi auf dem fußboden jetzt sind wir hier zwei abfahrer natürlich brauchen wir die ja du liebst dieses spiel sehr gut wird man da gamer 9 36 moin masel martin danke eine stunde ist mittag sehr gut stell mich mal provokant vor janek damit man soll einen hässigen schlepper nicht sehen nein damit ich hier auch jahr zuerst betankt werde was sagst du zu dem ls und dem big butt ich brauche das big butt nicht das ist nicht meine spielweise florian klönder auch dir danke fürs abo schön dass du dabei bist ne das ist also das wird sicherlich textur und modell technisch wieder richtig gut sein aber also wir allgemein brauchen das nicht das macht für uns keinen sinn enduro rider moin wittmann danke stefan stefan ist da sehr fix ich hab mir schon gedacht dass es da endet aber ist doch sehr gut dass wir da so super moderatoren haben wo kommt der case her von janniks festplatte den hat er selber konvertiert genau aus dem internet ne ja doch auch also aus dem internet und danach janniks festplatte der rest an mods alles von bagaluts festplatte wie einer vom lu ja ist da angelehnt das hat der holger damals noch gemacht er hat unser logo da drauf geklatscht der holger aus dem gaming for fun der hat uns das ding hier mal schnell hingestellt bevor es den in der blunk optik überhaupt er ist ja oder die textur ist ja glaube ich aus dem 15er glaube ich weiß aber nicht ob ich da etwas falsches ne zoppitoppi matze 85 lp florian moin wo ist denn hier unser überladewagen fahrer ich dachte hier ist so viel ertrag da ist ja da ist auch eigentlich was drauf da ist auch eigentlich was drauf ja allein was stressiert irgendwie zu ostern für euch 100 euro im pot werfen beruhigen paule beruhige dich bitte die jetzigen clcs braucht keiner also ich sage mal so die sind wirklich textur und äh äh modelltechnisch sind die wirklich so wie man das von giants gewohnt ist richtig gut da kannst du nichts zu sagen das ist einfach so die sind die stehen da ob man das braucht das ist wiederum die andere frage und das liegt auch auch wieder bei jedem selber ne also ich brauche es nicht weil vier meter saatmaschinen und so ein kram da kann ich mir auch ein mod laden das einzige was mich da dran reizen würde wäre halt die wickelkombi rundballen wickelkombi und der der quaderballen wickler und der fronttank das wäre aber deswegen kaufe ich es nicht florian auch dir danke fürs abo schön dass du dabei bist unbekannt moin andreas moin f1 gamer 2017 moin tja gute frage ausrufezeichen map oh hat er selber gefunden sehr gut max vario moin grün und stink nach fisch werder bremen uuuh das ist wieder so eine fußballgeschichte so rade kommst du jetzt mal anladen ich war da auch schon ja mit mir als rückwärts fahren kann ich nicht durch nichts was karbon sagt ist mir eigentlich relativ rille ja muss ich dir mal ganz ehrlich sagen dann wäre es aber mal zeiten fünf bis zum sonnig ähhh slipper f1 gamer äh slipper kdlp und f1 gamer 2017 danke für eure abos schön dass ihr dabei seid joa finde ich auch luxvlogs moin ähm noa sucht ihr noch modder nein immer noch nicht vor ich fahr jetzt ab hier mit 80 prozent dauert mir zu lange mit dir hier bist du fußballfan nein nein aber ich würde mich freuen wenn der hsv einmal absteigt hallo marcel moin ganz bestimmt nicht nightboard na logo der nightboard ist überall so wo war denn das hier jetzt eigentlich die durchfahrt ist dran vorbei gefahren an anderen super dann muss ich auch einmal drehen hier 20 prozent mit bieten paulo das ist aber auch nicht mein thema und interessiert mich einfach nicht was wir machen hier unser ding und möchte eigentlich auch ungern über andere youtuber hier reden herziehen oder sonstiges das geht mich einfach nichts an die können machen was sie wollen dass alles gut ist müssen sie selber wissen wir haben bestimmt andere geile themen die witte jetzt noch voll ne jetzt bin ich weg alex du bist gut danke danke alex jens 1145 moin sen adil ja schuldigung du kannst übrigens auch hinter mir herfahren lexa ist auch voll oben rum ist kurzer so ist es bis meistens so ministry auf dir danke fürs abo schön dass du dabei bist ich hoffe dass mit dem rumgezuppelt legt sich jeweils aber das habe ich komischerweise immer so ein bisschen obwohl ich immer den shader ordner vorher einmal leere die ganzen errors die sich so ansammeln weg macht komisch eigentlich aber dennis dennis heavy eh er hat seinen scheiß tannenbaum was hat er mit seinem tannenbaum kölnmann ich wünsche dir zwei stunden stau da gebe ich dir zwei daumen für und ich gönn's dir hast du viel zeit mit deiner frau scheinbar nicht er ist im stream ja grüße gehen auch raus an frau kölnmann natürlich ne gehört gehört osel 29 und invest matze auch euch danke fürs abo schön dass ihr dabei seid wir sind ja leer aber beeilen brauche ich mich ja nicht ratte ist so langsam ich leck das heute ganz schön neblig ne jetzt sag ich ja es wird mal zeit dass die sonne rauskommt ja um acht bestimmt wie immer ja tim moin f1 gamer 2017 glaube ich weiß was du heute 15 Uhr machst ich glaube auch Noah und Flo und Master E auch euch danke fürs abo schön dass ihr dabei seid und wie oft ich den spruch jetzt schon gesagt habe bald 4000 mal das ist richtig krass 4000 leute irgendwer hat mir mal gesagt stell dir mal vor die stehen jetzt alle vor deinem Fenster der Hammer geil ja moin sen wünschen wir dir auch Sebastian moin ich fahr mal hier ran ist Yannick schon voll? nein dann soll gerade zuerst dich voll machen wieder hab gepasst Hättchen muss gleich eh rückwärts eigentlich brauchen wir nur einen Abfahrer hier oder was der kriegt seinen Überladewagen noch gar nicht voll oder ich bin wieder voll lass die Anhänger hier stehen für dich falls du mal nicht nachkommst ja oh man doch jetzt zuerst du nach nachkommen weil ich die ganze Zeit eben rückwärts fahren musste alles gut Lukas auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist äh hab ich irgendwas verpasst nö ne Häuptling Moppy moin 3945 jo das ist nicht mehr weit ne alter knaller monkey crime moin Sven Meier Sven Meier schönen guten Morgen hat er mal auf die Uhr geguckt für uns ist schon Mittag ne ja ah du mann Matthias soll ich ansehen kommen oder helfen grubbern ich habe das gefühl du bist von Carbon ja du das kleine hier unbedingt ansehen wollen da sind größere die angesehen werden könnten ernsthaft war der Hund wieder war der Hund wieder aktiv ey ja mit raps sonne oder soja ah du hast aber recht weil es draußen dunkler geworden ist raps ist ja auf 16 und Sonne auf 15 ja die sind ja auch nur so klein wir gucken mal ob es vielleicht so besser ist oder ob ich durchschimmer ich wollte es nur erwähnt haben da kriegst ja gar keine äh ohne B moin aber danke dass du uns bescheid gesagt hast gut da hast du recht mit dem Licht und dem Greenscreen ist ja auch immer so ne Sache irgendwie nee das ist ja richtig bescheiden über die 17 hier 16 Hektar was kriegst du da raus zwei Anhänger ohne wassers da hast du ja und ich glaub die drei sind vom Ertrag ziemlich klein raps Sonne jetzt ist grau und grau Sonst Yannick ich weiß nicht wie weit die sind wegen Gülle fahren ich brauche noch ein bisschen das war wohl ich sage schlimmer da hast du recht irgendwie muss ich da mal nacharbeiten dann mach mal Gülle drauf kannst du John Deere fahren ne heute ausnahmsweise mal nicht wir sind ja eigentlich sehr sehr John Deere verbunden quasi aber nö heute mal nach heute fahren wir mal ein bisschen Fenty der ist doch auch ganz hübsch aber das liegt aber nur da dran Blacky dass du dich nicht durchsetzt wieso ja ich hab dir das vorgeschlagen wann alles hier und dann nur noch grün ja passiert auch bald ne 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 aber hundertprozentig ich glaub der hat's eingesehen ist gegangen sehr gut Iridax Junior Moin next alles gut Horst Moinsen Landtechnik Nord Moin kannst du mal was anderes machen ne wenn es dir nicht gefällt oben rechts X drauf klicken bis denn wir fahren hier heute ein bisschen ab bei uns sind die Aufgaben klar verteilt und wenn man mal ein bisschen warten muss im echten Leben hast du auch mal ein bisschen Freizeit wenn du hier auf dem Überladewagen wartest oder so dann ist das so dann gucken wir uns das mal an wo nix schlimm ist oder Chemnitzer FC Moinsen Alexander ach der meint nur den Äußer Baumgrau bin im TS ja da ist ein Community Channel fragt uns da rein gehen während des Livestreams nehmen wir niemanden mit in unseren TS außer wir haben Community Event und die Leute sind mit uns zusammen auf dem Server Grenzboy Moin nein kann man nicht Baumgrau Chemnitzer FC Blau Weiß danke für eure Abos schön dass ihr dabei seid richtig gut das ist eigentlich schon ein unnötiges Spiel ja dann geh doch hab ich keine Schmerzen mehr Florian Moin Gaming Boy Moin Lexa fährt Lexion ja lustige Geschichte Ratte äh ach scheiße ja nu es macht die voll ich park hier mal um das ist ein Knaller mal wieder anmachen hier dann parken wir mal aus oh ich hab Ferien ja ja das merkt man total Brain AFK aber ich hake auch die anderen an du da kenn ich nix keine Schmerzen mit Marc der Kater auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist die Nummer 42 voll ist es wahr fahr auf ja ohne Witz andere Richtung Blacky ne ich fahr hier hinten raus hier ist doch die Ausfahrt eigentlich ist die da hinten aber schon 90 likes richtig geil wunderbar hier ist die Ausfahrt auch wenn man sieht auch wenn sie schon echt zugewuchert ist aber sie ist hier mal wieder knicken was ist eigentlich nicht die Zeit obwohl doch fürs Osterfeuer könnten wir noch machen ja auch fürs Osterfeuer da brennen wir richtig ein Feuerwerk ab der Bagger Loot bringt noch ein paar Handgranaten mit und dann geht das los ja wunderbar das wird ne fette Party und Münstermann Max auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist so haben wir wenigstens was zu tun hier so genannte Slacks 9 102 likes noch geiler du kriegst du auch ein gefällt mir ja so ein paar Mikro das was wird mit 4000 weiter so ein paar Mikro Rockler habe ich immer noch ich weiß auch woran das wieder liegt vielleicht muss ich wirklich jetzt OBS ich streub mich ja immer dagegen ein Update zu machen auch nicht immer was gutes ne auf gar keinen Fall Chris auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist uploaden Leon Moin weiter gehts themesaboutgames.de Moin Moin gehen weiter Irridax die habe ich eben schon Moin gesagt mit guten Henne ne mach das Henne ja geht aber nicht Bottle Bros tut mir leid ich glaub da bist du auch nicht der einzige nö Community Events veranstalten wir ja nun auch manchmal wenn wir Zeit dafür haben ne wie gesagt das Anliegen liegt hier als Team zusammen zu spielen und damit haben wir meistens schon genug zu tun da mal alle zusammen zu kriegen dann weiß ich nicht wenn man einmal die Woche nur mit dem Team zusammenspielt und zweimal die Woche in Community Stream macht glaube ich ist das nicht der Gedanke den wir hier von Anfang an verfolgt haben Gummy Boy und Farmer Phil und Vanessa euch danke fürs Abo schön dass ihr dabei seid den vergessen Brüllmann Brüllmanns den hab ich vergessen danke fürs Abo auch dir richtig cool Spiele einfach Späh welche Map Ausrufe Zeichen Map bisschen Videobeschreibung lesen das macht uns allen das Leben ein bisschen leichter Video oder Stream Beschreibung und dann läuft das Spielst du PS4 oder PC das ist PC natürlich PC für mich gibt es bei LS nur eine Möglichkeit obwohl es für die Konsolen ja jetzt Mods gibt ist es trotzdem keine Option für mich Jorgens Transport auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist Spider Moin auf welcher Map wird der Community Stream gemacht wir haben noch gar kein geplant deswegen wissen wir das nicht last second Moin wo kann man das runterladen die Map Jungs ihr Gens geht nicht so wo ist er denn in der Zrenge Pirate da oben Tryhardtronix auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist User HD 13 meistens ist das so ja da hast recht Marius nein nur bei Community Events steht auch unten in der Stream Beschreibung ich müsste ich mal so eine Platte aufnehmen oder ich müsste es mal vorher auf Handy aufnehmen und dann nur ins Mikro halten Insel SMG auch dir einen schönen Car Friday weiter ich zocke mein Kackspiel mit 20 FPS Pitbiker vielleicht Kack Simulator ja Kack Simulator ist so ähnlich wie Goat Simulator kennt ihr den Ziegen Simulator? richtig gut Jens Abraham Moin Basti Moin Jojo Jojo was hast du so an Hardware ich habe ein 8 Kerner 16 GB Arbeitsspeicher eine GTX 69 richtig noch was wissen aber Hermann darf nicht fehlen Jens richtig Protek Moinzen Agra-Fan danke Nick Moinzen alles klar Slipper mach das viel Spaß dabei guten Hunger und schönen Tag noch für euch auch so beschissenes Wetter das ist echt krass heylexa kleiner als 3 Sven donated auch Geld und schreibt dazu heylexa kleiner als 3 danke dir dafür cool für deine Unterstützung der Frau gegenüber kriegst zwei Daumen von mir weil ihre kannst du nicht sehen eine kannst du nicht sehen und Herzchen von unseren Chat Teilnehmern sind auch immer satt und Martin danke fürs Abo schön dass du dabei bist und Bastia 2007 auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist 40.000 oder kann ich abhauen mach mal Radé ja fährst du er steht da lieber rum hallo hallo ich bin ein alter Oberskandizog mehr wie lange wird der Stream noch dauern puh wenn er so belastend ist wir haben gerade erst angemacht wir streamen jetzt 49 Minuten von daher denke ich mal werden wir Youtube mit unserer Anwesenheit noch ein bisschen belästigen ja ich fahr jetzt erstmal zur Lexa mach mal Klaas 950 Moin Gentleman G Moinsen ich trinke Tee auch Moin Jürgen auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist ich hoffe mit dem Greenscreen ist jetzt ein bisschen besser durchs Licht ich denke und Tom glänzende Stirn das ist nicht schlimm das ist der Angstschweiß der mir auf das Stehen steht kann ruhig jeder sehen Tom auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist was ist das für ein Fenton 939 den darf ich heute mal ausfahren Stefan Moin Ausrufezeichen Mods auch immer sehr gerne genommen und wo ist der Fenton von Bacalooz Festplatte ursprünglich den gibt's auch gibt's im Internet zu finden eigentlich alles was wir auf unsere Servern benutzen gibt es frei im Internet zu finden Musterhase LP dein LS 17 geht nicht ja brauchst du da noch Hilfe beim Ansehen oder Enduroloft 20 dann komm ich zu dir kann es sein dass es ein wenig lag ja normalerweise legt sich das aber das liegt nicht am Stream sondern hier an mir quasi das sollte sich aber noch geben obwohl jetzt haben wir schon fast eine Stunde rum hier na mal komm mal abwarten Knäcker HD und das Gieß aus dem Erzgebirge und ich trinke Tee Mech HD auch noch danke für eure Abos schön dass ihr dabei seid coole Nummer den 4000 kommen wir immer näher richtig geil Moin wo gibt es Oldtimer für LS 17 weiß nicht nach Oldtimer ich kümmere mich so oder so nicht um Mods ich guck da gar nicht nach macht bei uns alles der Bagger Loot und Oldtimer ist auch nicht so unser deswegen also natürlich gucke ich ab und zu natürlich auch mal aber Oldtimer überblätter ich gekonnt quasi Boomer es geht wieder ein Markenkrieg los oh oh Fan ist scheiß Fan es ist meistens nicht gut ja normalerweise fahren wir auch John Deere spielst du auf Ultra Einstellungen? Nein noch nie Excel lässt du mich durch oh danke bitte ne Na gerade wie viel hast du drinne? 74% sehr gut ist er ja gleich voll dann kommt er ja endlich wieder hihihi aber ich finde hier kommt schon ne Menge runter ne ja ja kommt auch wenn die Ratte gleich mal kommt Fendt siehste und es geht los Fendt ist die beste Marke ja und der ist die beste Marke Lukas Krieger Lukas Krieger Grüße Gemüse alles egal mir fehlen die Worte einfach Hashtag Like Hype ja sehr gut hoi oh Leon, nee mach das nicht spielst du mit einem Lenkrad? ja Ausrufezeichen Lenkrad deswegen stehen unten in der Video oder Studium Beschreibung stehen die ganzen Ausrufezeichen Befehle was wir so was ich hier so benutze Julius hättest du vor das TRS ein Ausrufezeichen gesetzt und das Fragezeichen weggelassen leider hilft schon hättest du es schon gewusst es zocker Moin Moin ja ich fahr mal vor Ratte mach das ne Sonja Moin google mich nett Moin bist neu sehr gut schön dass du den Weg hierher gefunden hast hast du hast du vor deine Hardware aufzurüsten wenn ja was da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht kann ich dir ganz ehrlich so sagen dann ist der PC ja auch noch nicht nö aber über kurz oder lang wird das sicherlich passieren ne 3.000 die bleiben auch nicht stehen ne 3.973 Abonnenten ja tt moin auch schön dass du den Weg hierher gefunden hast Axa fahr mal bitte deinen Ruhr aus bis der Bildschirm schwarz ist irgendwann und du keine Stimmen mehr hörst so lange werden wir streamen heute mal sehen also eins kann ich sagen um 15 Uhr ist nicht im Schacht genau und nachmittag kommt noch Formel 1 richtig Moin Streamer du öfter öfters öfter terst terst ja mach ich also wir doch ja machen wir wirklich also wir haben jetzt das müsste jetzt der 156ste das 156ste Video also Stream und Videos zusammen alles haben wir 156 Dateien bei YouTube schon hochgeladen davon würde ich sagen sind 140 mindestens ähm Livestreams gewesen Vanessa Moin Wendekreis wie ein Panzer ey läppert sich alles ne und fast 4.000 Abonnenten schon echt krass Johannes Eck Moinsen Johann auch Moin was sagt er zur Zeit zur Zeit zu YouTube Deutschland ähm ich kann dazu nicht viel sagen weil ich in letzter Zeit nicht viel hier gemacht habe aber nur so viel wenn du viel machst auf deinem Kanal passiert wenig an Klicks auf deine Videos machst du mal eine Woche gar nichts schießen auf einmal die Klicks in die Höhe das ist immer noch nach wie vor so weiß nicht ob das richtig ist Frank Moinsen Frank Moinsen aber ich sag mal es ist eine wesentlich bessere Plattform als zum Beispiel Twitch oder Hitbox weil hier passt das mit der Community wenigstens noch einigermaßen auch unter den Streamern ne muss das an anderer Stelle nicht ganz so hat man meist das Gefühl die Lacks lassen langsam nach na dann sind wir voller Hoffnung aber aber es kann natürlich auch an unserem überdimensionalen Fuhrpark hier mittlerweile auf der gesamten Karte liegen dass es zunehmend dann mit jedem Fahrzeug immer mehr lag Jonas Moin das spielt dann natürlich auch mit rein ne umso mehr Fahrzeuge umso mehr hat das ganze hier zu tun und dass die Giants Engine nicht die beste ist wissen wir alle die verträgt das die verträgt das ne solche Sachen verträgt sie nicht ganz so gut ne ist so 6er bist du fast drunten ein Bauer mit viel Güter fällt Schlüter Schlüter ist auch ein geiles Gerät also Niklas Moin doch da kann man nicht meckern warum steht der Entschuldigung die Frage habe ich jetzt nicht gelesen warte ich versuche sie nur mal nach vorne zu rollen achso ok erstmal essen macht das Spider das ist unsere Map ja Gaming Boy wie findest du Ghost Recon Wildlands keine Ahnung kann ich nichts zu sagen weil ich das noch nicht gespielt habe und auch nicht machen werde google mich nett auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist Sven Heiliger Moin ich trinke Tee nein Florian Moin wo ist denn hier mein Abfahrer Abfahrer hier Überladewagen Fahrer meine Güte ich bin noch unterwegs hetzt mich nicht du kannst diesen Stress nicht ab Uschi ist wieder da yay Gabriel Moin Florian auch Moin so ein Stalker ne hier war sehr gut Jonas hast du LED an dem Schreibtisch ne warum habt ihr die Map wieder erweitert oder das ist vierfach Ausbau der der steht ihr aber schon länger im Raum Jonas Moin sehr gut Baggerloot du hast uns gefehlt 20 Abos noch komm mal lieber vor mein Hänger ist voll ich weiß stress mich nicht wie Felix Moin oh das sieht gut aus dass ich voll werde ne wirst du nicht ne oh ne Leon Menzel auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist doch werde ich doch anmachen vielleicht auch ich bin voll Ratte ja ich musste hier irgendwie mit diesem Panzer um die Ecke kommen uuuuuh ruhige dich Uschi und DD jetzt kennen sie erstmal wie sauber die Uschi ist ob sie auch ihre Ohren gewaschen hat Günther Brandt Moin hic zack die da 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 Du Ferkel DD Auch 15 Abos Stefan du hast alles im Blick Racing Team Moin Sen Moin Racing Team hat schon lange abonniert stimmt schon sechs monate zwar auch so ziemlich nicht einer der ersten aber so ziemlich elena joost und bastian danke für eure abos schön dass ihr dabei seid 13 abos noch echt mal verkleid ekelhaft lecky junger hüpfer du moin kalisch alte hütte junger hüpfer sagt er auch beilsam für deine seele ja endlich der das mal einer der das sagt ich habe hier eine frau zu hause sitzen die hat das immer mein alter die macht eine 31 quasi zu 61 ja kinder und warum weil ich es kann richtig kevin münster und karl danke für eure abos schön dass ihr dabei wenn man schön ist und wie ich gefunden hast ne philip losberg 9 abos noch wo bekommst du die map her gar nicht gibt es nicht nach diversen vorkommnissen leeroi auch mal na der countdown läuft ja richtig der countdown läuft die ddp die ddp die ddp fühlt sich wie 81 wager lud da hast du recht Ja, der sagt noch 8. Eieiei, nenn ja, moin. So ist es, nämlich. Egelobt stinkt ja, aber es macht nichts. Ich geh mich gleich waschen. Divinator, auch moin. Sehe ich heute eigentlich wieder so bekifft aus? Nö, ne? Im Bildschirm hat es mal höher gestellt. So, ich sag mal, bis später. Erst mal, tschüss, bis später. Matthias hat den Channel verlassen. Man hat auch keine Möglichkeit, tschüss zu sagen. Oh, brr. Johannes, moin. Er ist halt nicht schneller, ne? Ja, er ist ein ganz fixer, du. Ja, aber nicht immer, Gott sei Dank. Oh, oh. Philipp Losbeck schreibt, RIP Matze. Durstig. Der kommt ja wieder, beruhigt euch. Frauen an die Macht, Baggerloot, was ist denn jetzt los? Wieso? Ja, der zweite Satz kommt gleich mal. Mal essen, mal sauber wetten. Sechs noch. Sechs. Am Bildschirm liegt's nicht? Ne. Kai Zocker, moinzen. Hekterkracher, moinzen. Nee, nee, da sagt Lexa lieber nix. So, wo haben wir denn? Wo ist er denn mit? Was ist noch? Ach, da hinten spielen sie rum am Ende, weißt du? Und ich steh hier. Einsam und verlassen. Können wir eigentlich mal durchpusten, oder? Kurz auf K. Könnten wir ja eigentlich mal. Ach, Kinder. Mal durchgepustet. Mal durchgepustet. Ja, das ist klar. Das kann man auch einfach mal machen. Ah, ich wollte doch gar nicht aussteigen. Streamst du auch über Twitch? Äh, äh, nee. Da werde ich auch niemals hingehen. Das Twitch geht mir auf den Sack. André, moin. Nee, Twitch ist absolut nicht meine Plattform. Ich hab da früher viel geguckt, aber... Ich finde gut, als YouTube das gestartet hat, hier mit dem Streaming. Das war ja letztes Jahr irgendwann, ne? Weiß ich gar nicht. Im Sommer oder was haben die damit angefangen? Äh, und da war ich davon schon beeindruckt. Fand ich einfach wesentlich besser als dieses ganze Hitbox und den ganzen Kram, den das da sonst noch so gab. Obwohl Twitch ja eine riesen Plattform ist, ne? Aber... Für mich stand von vornherein fest, YouTube und nix anderes. Die gute alte Lexa. Joa, Felix. So alt ist sie noch gar nicht. Nee. Ihr. Thomas, bist du politisch mit FDP? Noch vier. Genau. Guter Mann, kein Twitch. Joa, Oliver. Wo soll's sein? Noch drei. Oh, Oliver. Danke fürs Abo. Schön, dass du dabei bist. Kevin hat mir nämlich schon. WB das Grommel. Oh, ihr werdet wieder voll hier. Jano Fischer. Auch dir. Danke fürs Abo. Schön, dass du dabei bist. Noch zwei. Eins. Einer noch. Wie eins noch. Jetzt haben wir die 4000. Nee, noch nicht. 4002. Ernsthaft? Alles frisch. André, läuft bei uns. Mega geil. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da müssen wir gleich noch mal was raushauen. Freu ich mich extrem drüber. Ist krass, was wir hier in einem halben Jahr, dass wir doch 4000 Leute dazu begeistern konnten, mit uns hier so ein bisschen Schwachsinn zu reden. Ach, das trifft es sehr genau. Und misszumachen. Einfach geil. Bockt. Auf jeden Fall. Wer da? BB, Alex. Niko, Enduro Love 20. Michael. King Shit. Kommt noch eine? Nee. Danke für eure Follows. Abos. Abos. Entschuldigung. Wo wir so viel über Twitch reden hier. Danke für eure Abos. Schön, dass ihr dabei seid. Richtig cool. Ich auch. Mega geil. Ja, damit haben wir die 4000. Was soll ich sagen? Macht auf jeden Fall wieder richtig Laune. Und vor allem, wisst ihr was geil ist? Die dämlichen Fragen haben extrem nachgelassen. Muss man auch mal ein großes Lob aussprechen. Die dummen Fragen lassen wirklich nach. Richtig. Jojo. Danke. Danke. Henne. Danke. 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 Die Herzchen sind alle nur für euch. Weil an euch liegt das. Ich habe mich zwar selber auch abonniert, aber... Ich bin dich 4000. Das ist schon so eine magische Grenze so ein bisschen. Ja, schon, ne? 5000 ist cool. Sollte ich doch gar nicht, ja. So, ich fahr das Ding Janis mal hin. Oder wollen wir mal gucken? Warum fährst du jetzt da rum? Klugscheißer. Ist aber so. Habe ich doch gerade gesagt. Gerade keiner mag klugscheißer. Nee. Die werden gemobbt. Genau, alle gemobbt. Creppy. Auch dir. Und Klana100. Euch danke fürs Abo. Schön, dass ihr dabei seid. Gucken wir mal. Jetzt hat man, wenn man drei Birnen, zwei Bananen und drei Äpfel hat. Hunger? Auf jeden Fall zwei Bananen zu viel. Ja. So, Ratte, ich stelle dir das hier mal hin. Dann werden wir mal eben schnell. Timo Moinsen. Du hast auch Hunger. Ja. Ich hätte auch ein Hungerchen. Hat der Hund schon essen gemacht? Nee, hat er noch nicht. Ähm. Ich habe auch Hunger. Heute gibt es schön Langkeule. Wir hauen unser zweites, äh. Unser zweites. Giveaway-Paket. Richtig. Hauen wir mal raus. Ich muss mal gucken, wo dein Nightboard abgeblieben ist. Der alte Stalker. Der alte Stalker. Richtig. Richtig. Sechster, du wirst damit niemals hochkommen. Habe ich auch lieber... Rücksalat. Ja, da hast du wohl recht, Philipp. Halte gleich an, okay? Finde ich gut. Wunderbar. Wo Nightboard? Da sind wir uns doch ein. Bewieg dich mal hier. Und da? Ähm. Warte, warte, warte. Das zweite Paket, kann ich ja mal eben zeigen, wenn ich da hingerollert komme. Komme ich nicht. Ne, ich muss hier aufstehen, Leute. Genau dasselbe wie das andere gerade. Ist das genau dasselbe? Ja. Ja, na gut. Ähm. Es ist genau dasselbe wie vorher. Also. Wir hauen hier, ähm. Da auf Giveaway. Ich muss mir mal schnell ein Wort überlegen, was wir gleich alle hier... 4.000. Ey. Abartig. Geil. Das kann nicht jeder schreiben. Mit Doppel-H und... Ja, mit Doppel-H. Ähm. Wir haben als erstes hier wieder so eine Trinkflasche. Die habt ihr vorhin schon gesehen. Von New Holland. Ganz klar. Mit hier oben so einem... Karabiner. Karabiner. Häkchen dran. Die ist richtig cool. Die ist auch für... Warme Getränke im Winter gut geeignet. Äh. Aus Alu. Ganz klar. Macht auch eine gute Optik. Dann haben wir noch hier so ein paar Bonscher hatten wir ja auch noch über. Dann haben wir das Schlüsselband von der Firma Amazon. Danke nochmal an die Firma Amazon, dass sie uns das hier gesponsert hat. Genau so wie... Die Trinkflasche ist von Nüstenbergland-Technik. Genau. Den Amazon Kugelschreiber hatte ich vorhin schon gezeigt. Dazu noch ein Flaschenöffner für Cola natürlich. Der geht nur für Cola, Leute. Ähm. Und als Highlight ein Mauspad von... Ist das richtig rum? Ja. Jetzt ist das richtig rum. Ein Mauspad von Nordwest Gaming. Mit unserem Logo da drauf. Das macht auch... Soll ich das festhalten so? Sieht viel besser aus, wenn das vor meinem Gesicht ist, oder? Meinst du? Ich glaube. Das ist halt auch geil, ne? Ähm. Das könnt ihr gewinnen. Abartig geil, genau. New Holland Trinkflasche. Guten Abend. Ne, ne. Keine Leggings. Ähm. Wir schreiben in den Chat das Wort Fendt. F-E-N-D-T. Großes F. Bitte jetzt und bitte nur die, weil... Die, die uns auch eine Privatnachricht auf YouTube senden können, weil das müsst ihr machen, wenn ihr ausgerollt werdet, zum Gewinnen. Eine Privatnachricht. Dazu geht ihr auf unseren Kanal. Geht auf Kanal Info und private Nachrichten senden. Oder Nachricht senden steht da. Das macht ihr dann so schnell wie möglich, nachdem ihr hier gesehen habt, Juhu, ich bin der richtige Gewinner. Nur einfach mal Hey schreiben. Optimum wäre direkt die Adresse und den richtigen Namen zu schreiben. Und dann werden wir euch das zuschicken. Wir machen das hier jetzt nochmal eben schnell... Vier Minuten lassen wir das laufen. Oh mal, geile Nummer. Ich gehe mal eben schnell für kleine Elfen. Crytex, Markus und GamingTV, Timo auch. Danke für eure Abos. Schön, dass ihr dabei seid. Also, alle schön reinschreiben. Hier steht das Wort Fendt. F-E-N-D-T. F groß geschrieben. Der Rest klein, bitte. Und bitte alle nur einmal. Ich gehe mal eben für kleine Prinzessin und bin sofort wieder da. Ich gehe mal eben für kleine Prinzessin und bin jetzt schon auf dem Weg, ja, ne? Ratee? Oh, aus. Ich rede halt heute nicht mit dir. Nee, red heute keiner mit mir. Ist halt so. Damit muss... Wir machen heute ohne reden. Ja, machen ohne. Ja. Ratte ist schüchtern. Warte mal. Ich mache mal erstmal wieder an, ne? Was ist mit mir? Ja, ja. Geht für Prinzessin und drückt die Prinzenrolle. Ja, wunderbar. Das wollte ich gerade eben auch sagen. Ich stelle mir einen Wecker. Und zwar auf zwei Minuten starten. Ja, Racing Team Oberwiese, das ist scheinbar doch ganz schön schwer. Auch eine Sache, über die ich mich jedes Mal wieder aufregen kann. Idee, man soll keine schlafenden Hunde wecken. Hallo. Hallo. Prinzessin. Na? Wie war die Prinzenrolle? Was? Prinzenrolle? Was? Nein, nein. Habe ich nicht wahrgenommen. Ja. Es hat einer geschrieben. Er geht für Prinzessinnen und drückt die Prinzenrolle. Ja. Mach da. Ja. Mach da. Ähm. Robin. Moin. Direkt weg. Ja, du, äh, bei einigen ist das angebracht, aber... Was hat er denn geschrieben? Das weiß ich nicht. Dafür habe ich ja Moderatoren, auf die man sich verlassen kann. Die das hier ja unter Kontrolle haben. Warst du deinem Nachbarn? Logo, Sven. So. Zeit ist um. Wir rollen aus. Franken Agrar Videos. Danke fürs Re-Abo. Schön, dass du dabei bist. Ausgerollt. Markus Weihe. Markus Weihe. Schreib uns bitte sofort eine Privatnachricht bei YouTube auf unseren Kanal. Kanal Infos. Nachricht senden. Bitte sofort. Markus Weihe. Markus Weihe. Hier oben steht's. Markus Weihe. Was worden? Im Chat steht sie auch nochmal. Nico, moin. Yasin. Willst du hier rumflame? Dann kannst du dich direkt verpissen. Wir fliegen hier ein bisschen anderen Umgangston. Nicht? Ich komme gerade vom Sex. Wahrscheinlich zwölf Jahre alt. Meistens ist es. Ja, ja. Wenn du so drauf bist, dann drückt man gleich wieder oben rechts X und dann. Läuft's. Ja, super Yasin. Richtig gut. Du machst deinen Namen wieder. Äh. Na, lassen wir das. Ne, das lassen wir nicht. Alle Ehre. Damit ziehst du wieder. Alle Leute, die... Ich kenne so viele Menschen, die einfach nett sind. Die aus anderen Kulturkreisen kommen. Aber mit sowas zieht man das natürlich wieder direkt in Dreck, ne? Ja, Markus. Komm mal raus. Schön. Machen wir mal ein Bildchen, ne? Und dann gehen wir mal bei uns auf YouTube. Gucken wir mal, ob wir eine Nachricht bekommen haben. Martin. Moin. 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 Wäre ja schön, wenn das klappt. Äh, Seitenladefehler. Wieso behind? Siehste, geh doch. Oh, Nordwest Gaming ist online. Richtig gut. Ich gleich mal vorbeigucken. Ich auch. Nico, alles super. Läuft hier. Bei uns. 4.015 Abonnenten. Richtig cool. Das ging fix. Äh. Hat er noch nicht. Ist er denn überhaupt noch da? Der Mann. Markus. Hm? Siehste, Racing Team Oberwiese hat ihn direkt mal 300 Sekunden. Bedenkzeit gegeben, wie er hier weiter auftreten möchte. Immer diese großkotzigen Möchtegern-Internet. Pfff. Nanananananana. Ja, ich, das war mir schon klar, aber das, äh, das Wort da hinten am Ende des Satzes hättest du sparen können, ne? So. Wir wollen noch zocken. Mensch. Im Countdown, oder was? Ja, hi. Hast du eine Sondergenehmigung? Entschuldigung. Ich bin ausgestiegen. Nils LS13, boin. Tastatur streichen. Biss aus ist Nico. Das wird noch ein bisschen dauern. Maximal 15 Uhr, würde ich sagen. Nachher will ja auch noch der Herbech streamen. Ab 17 Uhr. Also, dass ihr das vielleicht auch mal ein bisschen mit auf dem Zettel habt. Auch ne coole Socke. Mit dem haben wir ja auch schon letztens unser Gemeinschaftsprojekt von der Göttenstedt gemacht. Weiter gemacht. Timbo, moin. Äh. Schönen guten Tag, Fati. Ja, Fati. Fati und Mutti. Fati. Fati. So, hier kommt aber nichts an. Irgendwie. Eine Privatnachricht auf unseren Kanal. Auf Kanal. Info. Dann auf Nachricht senden. Richtig. Henne. Es kommt nichts an. Warum klappt es denn heute nicht? Hey, was geht? Chemnitzer FC. Alles. Alles geht. Nichts muss. Oder wie? Ach ne, das war ein anderer. Sprach. Natürlich. Für Tastaturen. Ich habe eine ganz normale Asus Tastatur. Ich weiß noch nicht mal die Bezeichnung davon. Von dem Gerät. Wollen wir mal gucken? Ja, so eine ganz normale, stinknormale Tastatur. Die ist, glaube ich, kurz durchs Bild gerannt. Ein bisschen. Glaube ich. So, Mignon. So schwer ist das nicht. Mal eben. Ja, Yannick zieht durch. G 105 von Logitech, okay. Ich will fahren, ich will fahren. Aber es geht nicht, weil ich keine Nachricht. Marcel Martin. Du sollst nicht als Privatnachricht Fan schreiben. Machst du das nochmal, wirst du bei uns gebannt. Du weißt ganz genau, dass du das nicht machen solltest. Das spamt hier meinen Nachrichtenordner zu. Und das unnötig. Macht keinen Sinn, oder? Bist du oben und fertig, Alex? Äh, ich wollte eigentlich jetzt um zufällig, das ist die letzte Spur. Dann fahre ich hier oben. Der Markus. Ich dachte, das hat noch ein bisschen zu tun. Was ist denn los? Der ist jetzt nur noch hier eine Spur. Und dann kann ich oben umzuziehen. Jo, Robin. Reicht auf jeden Fall zum Zocken, ne? Ich habe ja ein Lenkrad. Ich habe da nur ein paar Tasten drauf. Und dann schreibe ich da drauf. Und, also ich brauche keine High-End Gaming Tastatur. Bei dir ist das nicht mit Nachrichten. Dann liegt das an deinem YouTube-Einstellung. Musst du mal unter deinen Einstellungen gucken. Da musst du die, wie war das, Abonnenten auf öffentlich stellen. Dass du die quasi allen zeigst. Dann wird auch bei TippiStream angezeigt, dass du uns folgst. Oder dass du uns abonniert hast. Jonas Zeppert. Moin. Ich habe keine. Und deswegen werden wir jetzt noch eine halbe Minute warten auf den guten Markus. Eine halbe Minute. Und dann werden wir nochmal neu ausrollen. Weil das sind ja jetzt schon bald wieder 5 Minuten. Patrick. Moin. So. Roland. Oh, Moin. Oh, Moin. Dein NS17-Streamer. Dein Vater zockt FIFA 17. Oh, nicht schlecht. Fußball ist nicht mein Spiel. Aber das war doch noch keine halbe Minute, oder? Nee. Doch. Ich aktualisiere jetzt nochmal. Und dann gibt es leider nichts. Traktor Fan 01. Uns geht super. Und wieder drüber. Herr H. Herr B. Moin. Was? Das glaube ich. Niko. Zilse. Und Ax. Josch. Danke. Danke für eure Abos. Schön, dass ihr dabei seid. So. Ich glaube, wir müssen nochmal ausrollen. Ne? Danke. Danke. Sofortlos. Ja, warte. So hier erstmal. Ich gucke. Einmal gucke ich. Und dann geht das sofort los. Dann werden wir ausrollen. Und dann bitte eine. Nö. Ist nichts. Also. Leute. Werden wir direkt nochmal. Mal. Mal. Ausrollen. Und es. Dann wird gezockt. Eigentlich schon die ganze Zeit. Aber. Äh. Die Leute machen bei einem Gewinnspiel mit und sind dann nicht mehr auffindbar im Chat. Es ist Gaming Boy 2004. Herzlichen Glückwunsch dir. Schreibe uns bitte jetzt auf YouTube eine private Nachricht auf unseren Kanal. Kanal Info. Private Nachricht senden. Oder Nachricht senden. Oben rechts in der Ecke. Meistens befindlich. Schnell eine schreiben. Und dann kannst du den. Bekommst du den Gewinn zugeschickt. Gaming Boy 2004. Ich hoffe du bist auch noch im Chat. Soccer. 13.11. Moinsen. Da steht es auch noch mal im Chat. Gaming Boy 2004. Hat gewonnen. Ja. Der hat. Wenn man schlau ist. Macht man sich auch einen zweiten Tag schon vorher auf. Glückwunsch. Genau. Gaming Boy. Schreibe uns einmal kurz. Was weiß ich. J oder was weiß ich. Und dann wissen wir. Am besten Name und Adresse. Jo. Das kann er dann. Aber dass er auf jeden Fall noch da ist. Dass wir hier mal weitermachen können. Dass er mal wieder Zug reinkommt. Das dauert mir immer alles zu lange. Ich glaube du hast. Hunger habe ich auch bald. Ja ich auch. Ich muss auch gleich essen machen. Und Max LP Eistee. Und Robin. Euch. Danke fürs Abo. Schön dass ihr dabei seid. Soccer. 13.11. Auch dir. Danke. Macbastian. Moin. Was ist der Gewinn? LS17 Streamer. Haben wir eben gezeigt. Und am Anfang war genau dasselbe. Hat die Frau gesagt. Auf jeden Fall unter anderem eine Trinkflasche von New Holland aus Alu. Gefertigt. Und. Ein Mauspad von Nordwest Gaming. So. Was ist hier los? Immer noch keine Nachricht. Es endet wieder in einem Desaster. Mann. Man muss doch nur eine Nachricht schreiben. Zweiten Tab auf YouTube. Auf unseren Kanal. So schwer ist es nicht. Black Mods. Auch dir. Und MrStyler37. Auch dir. Danke fürs Abo. Schön dass ihr dabei seid. Euch. Ich hab mal deinen Trecker ausgemacht. Ne? Also gut gemacht. Kannst du ihn auch wegfahren. Wie alt seid ihr? Von. 20. Bis. Der Baggerloot ist 100. Ja knapp. Ja knapp 100. Knapp 100. Knapp 102 ist er da. Jo dann läuft. So. Was ist hier jetzt los? Ist er noch im Chat? Ne ne. Über Handy geht es sowieso nicht. Wisst ihr aber. Es ist ja nicht das erste Spiel. Leute. Leute. Der Stream geht voraussichtlich bis 22 Uhr. Das wüsste ich aber. Das wüsste ich auch. 23 Uhr damit wir die 12 Stunden voll kriegen. Was für ne tolle Idee. So. Florian aus dem Channel. Verschiebt. Black Mods. Er ist anscheinend nicht da. Das befürchte ich auch. Aber dann weiß ich nicht warum man an einem Gewinnspiel teil nimmt. Hat gesendet. Hat gesendet. Gaming Boy. Gaming Boy. Ich nehme alles zurück. Schön dass du da bist. Jetzt schreibst du uns noch als Privat nach rechts. Deine Adresse. Hat er schon sagt er. Namen. Und. Adresse. Bitte. Das schreibe ich dir einmal zurück. Habe ich zur Kenntnis genommen. Nachricht wird gesendet. Wunderbar. Dann können wir jetzt nämlich. Ich bin's. Ja. Er hat geschrieben. Moin. Ich bin's. Aber nicht Namen und Adresse. Gut. Aber. Das wirst du sicherlich machen. Dann können wir nämlich jetzt weiter zocken. Alex. Wollen wir noch auf die 17 gehen? Ja. Würde ich sagen. Wenn wir schon dabei sind. Dann nehmen wir weg. Bildschirmaufnahme muss auch weg. So. Machen wir da wieder ein Spiel. Kann ich doch mal abfahren. Raps fahren oder? Raps oder Sonne ne? Ja. Ich habe schon geschrieben. Ja. Gesehen. LP mit. Den. Ahoi. Moin. Ja. MC Bastian. Das ist ja aber auch immer. Du musst ja auch ein bisschen. Verständnis haben. Jeder möchte gerne an einem Gewinnspiel teilnehmen. Und dann muss man den Leuten auch die Chance geben. Dass sie das wahren. Nehmen können. Und dass sie. Zeit haben uns zu schreiben. Das ist nun mal so. Ich bin selber ungeduldig. Aber ein bisschen Zeit sollte man dem Ganzen schon geben. Ein bisschen ja. Und Repat Industries. Auch dir danke fürs Abo. Schön, dass du dabei bist. Sehr gut. Kurs gleich lassen oder? Anderen. Ich will grad mal gucken wie er aussieht. Was? Ja. Oh. Kann ich parallel zur Bahnstrecke nehmen oder ne? Und seht ihr die Sonne ist rausgekommen. Oh. Richtig gut. Steht hier. Ich muss den so reinkrieg. Aber ich steh gerade. Steht hier auf Feld 30 eigentlich auch noch Hafer. Ja ne? Ja Uwe ja. Sehr gut. Elias. Elias. Moin. Was sagst du? Weiß ich nicht. Gucke ich nachher. Du musst einfach deinen richtigen Namen einmal schreiben. Und deine Adresse. Oh. Den kannst du kopieren eigentlich. Name, Anschrift, Stadt, Postleitzahl. Damit wir die Postadresse haben. Ja. Treffen wir uns in der Mitte. Damit wir dir dann auch schreiben können. Das wäre super. Yannick Schnauer. Auch. Und Mori. Danke für eure Abos. Schön, dass ihr dabei seid. Du liebst Landwirtschafts-Simulado LP mit Dan? Ich auch. Das ist mein absolutes Hauptspiel. Also. Muss ich gleich mal machen, Uschi. Was? Am besten gleich zwei für den Herrn auch noch. Er bekommt das Gesamtpaket. Also das, was wir gezeigt haben. Die Trinkflasche. Eine schöne Fliegenklatsche hier. Eigentlich. Ich habe mir vorher eine gesichert. Ist klar, ne? Damit ich auch eine habe. Das Zepter quasi. Er denkt, damit ist er der Boss zu Hause. Genau. Das Schlüsselband. Den Cola-Flaschenöffner. Und das Mauspad. Wo fährst du das hin? Was hast du eigentlich für einen tollen Schlepper? Ich weiß nicht. Der war vorhin schon dreimal kaputt. Das war Reifeisen. Der war schon vorhin dreimal kaputt. Ich weiß nicht, wer das Ding immer so schrubbt, aber... Sven ist das bestimmt, ne? Das bestimmt Sven. Tollen Schlepper, sagt er. The Gamer. Moin. Michael. Auch Moin. Ausrufezeichen Love. Ne, so toll ist es denn bei mir doch nicht. Gratte? Das ist falsch. Das ist verkehrt. Jo, alles gut, Gaming-Boy. Wunderbar. Dann bekommst du demnächst Post. Cool wäre, wenn die beiden Gewinner dann auch uns ein Foto da auf Facebook von schicken, dass sie den Gewinn erhalten haben oder uns bei YouTube halt ein Foto senden. Da steht doch schon wieder ein Drescher. Ja, weil der Überladewagen voll ist. Ja, ich bin doch schon wieder da, aber ruhig dich. Hast du eine Sondergenehmigung, sonst könntest du mit vier Anhängern fahren. Was? Nee. Was war denn das für eine Frage? Hallo, bist du geschnappt über oder was? Oh, ich muss da hinten mal erstmal zum Drescher da. Stimmt doch Sven. Mit der Zunge oder? Nee, die Frau will abgetankt werden. Nix. 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 Einfach. Hat noch nicht. Doch, doch. Geh doch. Die Lieblings-Tracker-Marke ist auf jeden Fall John Deere. Gamer wünsche ich dir auch. Oder wir dir. So. Jetzt kann ich mir einen Überladewagen vornehmen. Oder? Ich glaube... Wäre mal was. Da hinten steht Florian noch. Florian steht auch noch. Der Fabian Florian. Ah, der Fabi Florian. Dann fahre ich zu dem zuerst hin. Idee. Einer fehlt hier, ne? Das Rohr muss über die Öffnung. Ja. Danke, DD. Danke. Gut, dass du mich nochmal drauf hinweist. Der echte Norden. Der ist hier bei uns, ja. Der echte Norden. Florian, ich komme. Ja, ich mache gerade ein bisschen sauber hier oben. Mach mal. Mach mal ein bisschen sauber. Thorsten, 19. Wartung ist das Heiligen. Ja, denn Mars, guten Hunger. Und einen entspannten Tag. Mach mal ein bisschen sauber. Normalerweise müsste das gleich wieder hinhauen da. Mit. Überladewagen. Oder nicht? Erstmal muss ich zurück jetzt hier. Mal gucken. mal hier drehen, jo. Bäh. Vollstaubig. Nicht schön. Wo kommen wir alle her? Also, der Großteil kommt aus dem Norden Deutschlands. Aus dem wahren Norden. Oh. die meisten aus schleswig holstein niedersachsen dann haben wir noch einen aus nrw und ein aus norditalien an der französischen grenze wie kann man bei euch in den club kommen bei uns in den club kommt man nur über uns bei uns ins team aufgenommen wird nur derjenige der mit uns der uns beeindruckt hat aber mittlerweile haben wir unsere höchstanzahl an mitspielern auch erreicht wir suchen keine leute und haben auch nicht vor leute noch mehr mit aufzunehmen sie haben wieder da ja jetzt sehr gut bei jazin läuft immer die lexas auch schon wieder voll hier ja wie ein eimer kommen doch schon adri moin und los darauf eine vorbereitet habe ich gemerkt ja ich fahr doch wenn ihr das wenn sie die frau immer drei 50 hamburger will ich ja das ist ja auch nicht schlecht ich würde auch gerne meine petition gründen für liefer service bei mcdonalds gerade machst du den überladewagen leer oder schön bei bürger king chili cheeseburger ich fahre noch mal bei florian vorbei mcdonalds es soll florian ja ich gebe erst mal gucken ob ich das schafft zu lexas schafft ich mir nicht mehr das nicht pünktlich wieder da zu sein so viel weiß ich schon machen wir so beruflich meistens arbeiten was hat der gaming ball wieder geschrieben welche map ist das game ausrufe zeichen das spiel du bist ja auch schon lange 30 hamburger schaffe ich von meck 30 hamburger haben wir noch einen schluck produkt platzierung tja tja schön dass du auch im weg gefunden hast sehr geil ja ganz ruhig schneller fahren das sind die anhänger gewohnt der träger auch auf dem acker sind die stolz einfach gewohnt ja das können andere gerne machen ich nicht und jetzt habe ich mein gewicht er wurden geschmissen und zahl hier auch der danke fürs abo schön dass du dabei bist ich war für eine halbe stunde weg ist in der zwischenzeit verlosung gewesen war gerade eine wir haben die 4000 abonnenten geknackt richtig cool da haben wir direkt noch mal was raus gehauen aber eine haben wir ja noch ne und da wäre es bei 5000 also strengt euch an alles gut ausbieten eine haben wir ja noch vielleicht hast bei der glück wenn du dann da bist und dann mitmachst und uns auch eine privatnachricht bei youtube schinken kannst becky könntest du kurz hin über la also erst mal das abtanken übernehmen ich muss kurz mal ein unfall bereinigen klingt als wenn es bei dir brennt vielleicht brennt das auch und er strahlt nur die ruhe aus max vario wb bene zockt oh mein gott du machst mega gute streams macht voll spaß zuzugucken danke auch wenn das fahrerische meist auf der strecke bleibt aber mir macht es auch spaß ja kann man ja noch sagen ich bin gerade bei ein händler ich kippe die jetzt ab tempomaten kann man schon mal unterstellen was fahrt ihr 10 ja nicht schön adri da gibt es auch super programme die das unterbinden wenn man eine schlechte internetleitung hast aber da musst du dich mal mit florian unterhalten wie man solche sachen noch vernünftig runter lebt der hat das voll drauf der geld hat mir auch feil zähler empfohlen um das auf den server zu laden alles einfach besser geht und du kannst mehrere sachen gleichzeitig hochladen warte mal rade erstmal liegen bottle bros macht dein spiel realistischer wie ich fahr so wie ich das gerne möchte wenn dir das nicht gefällt ich kann das nicht jedem recht machen und das ist auch nicht mal bestreben also wirst du dich damit abgeben müssen oder auch nicht hier stehen schon die fuhrmann da steht ein drescher und der andere jungs mädels jungs und mittels mädels und jungs erst wenn wir brauchen dich hier wir brauchen rennfahrer auf dem server hannes der kann es meinsen ihr seid seit mittwoch fertig mit gülle fahren auch nicht schlecht wir fahren das ganze jahr ach da hinten oman dass ihr nicht zusammenfahrt nö das nehmen wir auch nicht ein merke ich schon als überladewagenfahrer ja auch gar nicht hinterher das ist doch einfach mal ein snickers nö ich brauche jetzt noch eine dann werde ich essen machen ich bin viel zu schnell hier wollen hier nicht den sven auf dem acker machen wir fehlten ein ecken und kanten heute jetzt schau die bäume an sind 2d also das sind 3d bäume soweit ich das sehe und erkennen kann ich weiß auch nicht was zu sagen wir haben wir schon aber der ist momentan nicht da hier ist einer ja in allem mit rennfahrern mit vollkratzern rennfahrern das war es für dich ja ich darf ja nicht musik an machen sonst auch das hier nicht hin mit youtube stellen sich da ja ein bisschen an man bloß wird blöd sein wieso was macht was hast du denn gemacht nix alles gut nix also er hat sein gewicht verloren das ist mir auch schon ganz oft passiert autoplätze fertig los wir fahren und tanken wir fangen nächste woche an mit mais legen haben sie bei uns auch schon einige lohnunternehmer haben hier schon bilder gepostet dass sie angefangen haben mais zu legen gute geschichte da werden wir auch noch ein paar real life aufnahmen hoffentlich von machen wenn das wetter gut ist denn ist ja auch viel zu tun da auf dem agger ich denke mal da werden wir auch auf jeden fall unterwegs sein wie ist morgen das wetter gut alt moin oh ja morgen das wetter morgen ist wagen auf zwei träger trägt da wollen wir eigentlich hin wenn gutes wetter ist von mir aus auch mit gummistiefeln aber es muss von oben trocken sein für die die aus schleswig-holstein kommen und hier der landwirtschaft verbunden sind kennen wagen habt ihr das noch ändert johnny nö haben wir nicht aber dann wird das an dein youtube einstellung liegen aber schön dass du uns folgst schön dass du dabei bist ja gute nummer so wo ist denn jetzt ist ratte da hinten zu dings gefahren ja sagt aber auch nichts dann tanke ich die frau hier vorne nochmal ab wenn sie denn kommt kann ruhig losfahren oder die anderen anhänger mitnehmen ach sind die auch voll ja aber das wird schwierig dass ich das schaffe eine drohne hätte ich auch gerne noch das finde ich auch ziemlich cool jo das wird auch eine der nächsten anschaffung und eine richtig geile kamera ja das ist eine richtig geile aber eine kamera gar nicht ich will eine richtig geile ja ok eine mit musik auch so eine mit musik und farbbildern ja ne kann man auch machen ne Zeit für das mais anbauen sehr gut miche welche von euch vor die aus norddeutschland kommen danke adri nach wagendorf zu fahren würde mich immer interessieren ausrufezeichen map johnny stream oder video beschreibung mal lesen das macht mir das leben auch einfacher ne wenn da dann du stellst da ein befehl rein dann brauche ich nicht weiterlesen dann weiß ich was was du willst das ist für den streamer ein bisschen angenehmer weil du musst hier ja auch ein bisschen fahren das fahrerische leidet bei mir ja eh schon denn noch ein bisschen stream lesen und dann scheiße quatschen und das alles zusammen und dann ist das immer einfacher ja deswegen haben wir die befehle da ja reingesetzt ne wäre cool wenn ihr die nutzt siehst du jetzt muss ich zwischendurch noch Zigarette ausmachen ich kann nur halb um die kurve fahren ich hab schon ein anstrengendes leben ja du bist schon eine ganz arme wurst zwischenherz achs und wachs ja war klar auf jeden fall stefan hat ja der ist ja eigentlich unser filmmeister der hat ja ne drohne und ne richtig geile kamera also die aufnahmen damit sind ja echt der knaller schon jo johnny hashtag armin moin slipper wb wo ist los rasmus alles im load hoooonn meine güte schreist du nach sven ich baue bald die kuppel ab entschuldigung ratte mein ich die zweiten ratte ob ich wusste gerade jonas kommentar lesen entschuldigung ja das stimmt stefans winkel ist naja so braucht er sich nicht so so dolle bücken wenn er von unten filmen will ne für die hohen aufnahmen sind dann eher florian und ich zuständig bei matthias das geht auch noch bloß wir müssen ja aufpassen dass unsere stirn nicht blendet ja das stimmt welcome back oder richtig slipper das hat sich so angeeignet seitdem ich im TS unterwegs bin deswegen sage ich das hier im chat auch immer wenn sich wer zurück meldet ich denke das ist okay 3 und 60 wir fahren 3 und 60 soll ich euch mal mein lieb nee nee nein besser nicht so ich stell dir die anhänger hier wieder hin die anderen sind ja bestimmt schon voll ne 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 aber da ist mehr drinne deswegen nehme ich die ja ich komme jetzt runter dann kann ich die noch voll machen sehr gut radde ich habe auch übrigens mir so einen kleinen seitentisch hier angebaut wo ich jetzt den joystick drauf habe das hat nochmal ein richtig geiles feeling so ähnlich wie der jetzt hier vom vom fend also so in der position und ich habe ja mittlerweile es geschafft alle knöpfe aufs fast alle knöpfe aufs lenkrad und den joystick zu legen meine rundum leuchten gehen ja jetzt auch wollt ihr mal sehen hier hat ja 140 folgen nicht funktioniert aber jetzt geht's ich bin erstmal weg bis später jo jo ja bis später nein dd mache ich schon nicht ls game am 19 ja sehr gut rasgos sehr gut ja das ist sehr gut dass du das hinfiffst green screen hält auch noch und jetzt bringt das licht das sieht auch wieder vernünftig aus sehr gut wie dd willst du weg der 17 farmer den befehl müssen wir auch noch mal ändern meint ihr ich kann los hier aber gerade was machst du hier ah hä ach scheiße ich bin doch von der anderen seite gekommen ich hätte doch einfach geradeaus fahren können jetzt bin ich auch verwirrt man B steht jetzt alle vor der Einfahrt natürlich jetzt haben wir nur noch einen drescher radiert oder entspannter für dich was soll da ja danach hier können wir drauf ne was nicht so äh gülle ja xgamer tv 19 aber eigentlich können wir den anderen hafer auch noch erst runter rum oder oder aber ich bin auch gleich erstmal essen dann müssen wir eigentlich auch bald losgehen hier ja wir schaffen das schon ne gerade boah das feld machen wir fertig aber ich bin auch noch bis um drei da ja bis um drei bin ich auch nur da ich weiß ja nicht wie viel noch ist gar da boin lexer sitzt noch im lexion jaaa slipper keine ahnung die sind halt nicht so körperlich so anspruchbar glaube ich da dran liegt das und es traut den Frauen keiner zu dass sie das fahren können damals Susi Wolf die war ja im testen bei Williams und aber sie hat ja aufgehört sie hat sich ja drauf vorbereitet aber wer weiß woran sie wirklich lag lecky kannst du lexer mal sagen dass sie auf dem lexion raus soll mach ich ähm wo war ich stehen geblieben jan christoph wagner hier danke fürs abo schön dass du dabei bist den ricky das ausrufezeichen format dann klappt das ja mach das das muss aber wir haben ja jetzt vor auch immer jetzt ist haben wir wieder ein bisschen mehr freizeit sage ich mal da werden auch wieder öfter streams kommen nehme ich an aber wenn so viel stress ist ne dann ist immer ein bisschen ist ja blöd ich wir machen das ja hier zum spaß und nicht und nicht wegen geld oder anerkennung oder was weiß ich aber die zeit muss halt da sein wenn die nicht da ist dann ist immer ein bisschen schlecht mit streamen aber es soll jetzt wieder im moment sieht es besser aus kann was kommen jetzt ist ostern auch sehr gut ich habe ostern ausnahmsweise nichts vor und das ist richtig geil ich finde das gut nicht diesen stress immer das kennt ihr bestimmt auch ne nice wenn ihr weihnachten zum beispiel hier hin müsst da hin müsst schwiegereltern normale eltern dann hast du noch den rest der familie und den ganzen nödelkram meinst du ich soll die anderen anhänger wieder nehmen weiss ich nicht du kannst jetzt ja sonst erstmal über ladewagen fahren die anderen anhänger sind noch nicht voll ja mach ich soll ich da einen trecker nehmen ja der steht da wo auf dem feld ach danke für die information das ist ein drescher da einsteigen kann einer den anderen lexion übernehmen mach ich schon ich bin mal eine halbe stunde afk mach mal hier ist leer dann müssen wir einmal durchfahren sonst guck ich hier mit dem über ladewagen ja gar nicht raus erst mal das rohr einklappen hier okay bis später wann kommt die nächste verlosung wenn du nur bis später wenn du nur wegen verlosung hier bist bitte ich dich doch oben recht das x zu drücken und nicht mehr dabei zu sein ich rockete moin du 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 deutsch fan 0 1 auch mal glaube ich dresch den ratte hatte ist auch gleich folger stellt den drescher hier auch mal beiseite sonst hätte ich mich selber abgetankt alles gut bis unten hin kommst du ja nicht mehr oder ich bin voll ja dann kannst du noch mitnehmen egal ich mache schwamm ließ aber groß der drescher ja kann ist nein deutschland kann man nicht nur wenn wir community events veranstalten weil unser hauptaugenmerk liegt hier mit dem team mit allen teammitgliedern nordwest gaming zusammen zu spielen kurz auf gehabt natürlich machen wir auch community streams aber die sind nicht vorrangig weiter bb alles klar gaming boy ich wünsche dir einen entspannten und du wirst post bekommen schöne ostern noch fast vergessen was zu trinken hätte ich ja auch gerne aber lohnunternehmen herfeld moinsen das geht noch nicht doch jetzt Hä? Warum gehts nicht? Mach mal, mach mal. Ich komme gerade, ich komme. Und Trucker Peter, auch dir danke fürs Abo, schön dass du dabei bist. Muss man hier ein bisschen. Wieder da. Kann ich den Überladewagen gleich leer machen, oder? Janik, Luca, Moin. Oh, danke dafür. Danke für den Kaffee, der ist auch immer sehr wichtig, Rasmus. Kann man doch direkt mal Abgang fahren hier. Ja, Trucker Peter, Moin. Und Hannes, auch dir danke fürs Abo, schön dass du dabei bist. Was der John Deere so weit weg sagt. Ich weiß ja nicht. Daumen hoch. Ja, danke. Ja, wie gesagt, Bewertung ist immer wichtig, ne? Leute. Tut keinem weh, aber bewertet werden sollte schon. Bin ich der Meinung. Wir sind zur Zeit hundert für einen und fünf. Ja, das hört sich doch nicht schlecht an. Fünf sind noch drinnen. Da ist der voll, wa? Der ist voll. Müssen wir ja auch schon Gas geben wieder zum Rad hier hin, ne? Du liebst große Trecker? Boah, zur Zeit haben wir echt viele davon. Kann man nicht anders sagen. LS Zocker, Moin. Janik? Sie waren stets bemüht. Du meinst, du müssen wir noch mal ändern, Baggerloot? Ich weiß ja. Janik? Keine Ahnung, wo Janik. Janik wollte doch auch AFK, oder? Ja. 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 Ich weiß nicht. Der fährt hier noch. Ja, Janik. Moin. Die packen ja anders rum, ne? LS 17 Zocker. Auch dir, wenn du das nächste Mal, äh, wenn du nur wegen der Verlosung hier bist, dann muss ich dir leider sagen, oder dich enttäuschen, drück bitte oben rechts das X. Weil das ist für Abonnenten, die uns gerne zugucken und denen das egal ist, ob es verlost wird oder nicht. Und nicht für die, die nur da sind, um Geschenke abzusteuern, ne? 4.010 Abonnenten. Vorhin haben wir schon mal mehr. War so. Weil, ich glaub, du hast den Live-Counter, ne? Bumpy. Monster. Ah, möglich. Aber die 4.000 geknackt. Richtig gut. Richtig gut. Du benutzt das Rondelenkrad. Jo. Ich auch. Ich auch. Ich mach Downcrain. Ja. Benedikt Milde, auch dir danke fürs Abo. Schön, dass du dabei bist. Ja. 4.012. Richtig gut. Letztens ein Steirer Terros gekauft. Das ist ein Vieh. Ja. Das stimmt. Allgemein, wenn du die landwirtschaftlichen Geräte heutzutage siehst, ne? Was so 939 mit einem Samsung-Güllefass dahinter oder so angeht, ne? Das hat alles Ausmaße angenommen. Überleg mal vor 20 Jahren. Das war... Boah. Was das für ein... Für ein Umschwung ist, ne? Echt. Absolut heftig. Ist das das G430 auf deinem Kopf? Yep. Ist es. So sieht's aus. I love NWG. Oh, Rasmus. Ja. Bringst Herzchen zurück. Super good. Timmy. Moin. Danke dafür. Und vielen Dank für dein Abo. Guck. Angenehmer streamen. Ja. So soll's sein, ne? Bisschen Schwachsinn quatschen und so ein bisschen so hier den Tag verbringen. ich glaube das passt ganz gut ich glaube auch dass es schlimmere sachen gibt als bei uns zuzugucken wenn auch nicht viel aber danke ist lieber danke benedikt hannes und spider lieben sich oh timmy sehr gut i love you too meine ohren schwitzen außerdem muss ich die polster mal wieder waschen ein glück sind die alle abnehmbar ich muss einmal kurz nach mach mal noch die bahn zu ändern dann haben sie mich hier alle verlassen weißt du gleich wieder da ja ich möchte dich nicht verlassen ich mache das hier schon hast du es wirklich alleine muss ich ja ich kann sonst gleich mal kurz zu dir kommen ja leck das wäre obwohl erstmal brauchst du noch nicht ich schütte jetzt hier gleich noch getreide in anhänger und dann bringe ich erst mal ein weg und dann könnte man ich muss so erstmal die sähmaschine weg bringen ja gut wo es werden mit chip tuning und tridem gülle fast von korte haste was sie jetzt fotos gemacht was du nicht der der fotos machen wollte vergessen mal halb so schlimm darf ich mich in benedikt was möchtest du uns sagen schreibt langsam und deutlich das macht uns die geschichte gleich viel einfacher an machen du musst zugeben dass du uns als erstes und du kannst du ruhig ist ja kein bei uns muss sich ja keiner anmelden oder abmelden oder sonst irgendwas machen ist schön dass du da bist warum nicht wir freuen uns über jeden der hier dann auch noch aktiv mitwirkt weil es einfach spaß macht ich düdel hier ein bisschen durch die gegend und wenn dann der chat auch noch mitmacht dann ist natürlich optimum naja ja ja das wird auch nix hier könnt ihr euch ein bisschen über meine fahrgünste tod lachen ich glaube doch jetzt komme ich rum und dann ist alles super kalla moin ach noch nicht zugekommen halb so schlimm lass dir zeit selbst bissl zocken ja wie gesagt habe ich auch immer gemacht wo muss ich denn hier raus da scheibenkreis als du mich gesehen hast war ich besser als alle anderen youtube aber danke schön dass es dir gefällt ob du mitmachen darfst nein das steht bei uns dann in der stream beschreibung oder video beschreibung auf jeden fall steht auch unten drin dass es nur möglich ist bei community streams rückwärts hashtag rückwärts für uschi genau so war das jetzt bin ich ein stück rückwärts gefahren also auch kriege ich auch nichts für naja ja so ist das mit der uschi die fahren noch schlechter als ich das ist auch eine aussage danke slipper und das geht schon kaum ich gebe mir hier echt ab und zu mal ein bisschen mühe zwischendurch jetzt gerade mach das mal trucker mach das mal trucker uschi ist eh nicht da ach anscheinend nicht hat sich lange nicht mehr gemeldet hat sich still und heimlich verpieselt hier die gute urschieber ist ja auch mittagszeit ne ja schon fast durch halb zwei ja auf jeden fall geil das muss schon cool wenn man so von 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 echten landwirten oder landwirts söhnen bilder bekommt wir bekommen ja auch auf auf facebook haben wir schon viele bilder von abonnenten bekommen zum beispiel bei youtube haben wir der pep hat uns mal der hat klas besucht der wohnt direkt irgendwo neben klas ein paar kilometer weiter hat er bilder geschickt und die werden so viele bilder die die wie einfach bekommen richtig geil also kann man echt nicht mehr gern ist schon schon highlight bockt auf jeden fall weil keiner mitmachen darf benedikt bei community streams habe ich ja eben erklärt mit der aussage musst du dich leider ab bin da hier ja keiner weitermacht alex ich bin unterwegs sehr gut ich muss nur noch eben hier mein fände in die hecke stellen wenn du mit dem güllefass umfällst das ist konst ja du wir sind auch schon im stream hier direkt umgefallen mit irgendwelchen sachen weil wir einfach zu schnell gefahren sind kann mal passen oder im stream mit hamberg gerade letzte woche auf den letzten fünf auf die letzten fünf minuten habe ich nochmal zwei unfälle direkt gebaut und schön den ganzen schlepper mit anhänger auf die schranke gesetzt das war auch ein highlight kannst du mir bilder von case schicken ja mach mal hau mal raus einfach mal auf face am besten bei facebook da sehen wir das am schnellsten einfach mal äh anschreiben hier vielleicht mal in chat ausrufezeichen social da ist unsere facebook seite verlinkt ja mach mal was maus das wäre cool du warst heute schon in polen und was braucht der drescher einen hu oder eine hu qualmt doch nur ein bisschen quälst du denn schon wieder ja du musst rücken im gesicht td zieh durch schön richtigen hasen steckdosen zocker moinsen und der alex oh ja unser alex wow eine au abgassuntersuchung jo sieht ja auch komisch aus hier vor dem feinsten hast du den auf die schranke gesetzt jo war schon nicht schlecht ja ich habe gedacht ich komme mal ohne crash durch einen stream aber ja hat mich auch ein bisschen geärgert muss ich sagen auf den letzten meter aber normalerweise ich bin immer mit derselben geschwindigkeit durch die schranke gefahren die ging spät hoch aber da hat es nicht funktioniert und warum ich weiß es handy fahren fahren fährst du mit dem lenkrad das sieht so smooth aus wie du lenkst jo mit dem lenkrad boah der erasmus das braucht hier wirklich keiner ich muss nach links weiter mhm ich zieh gleich nahr ich zieh durch warte 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 uaa ich bin noch fertig hier aah alles gut andere seite noch ne zwa drei bahnen vier sind das irgendwie so ne ich bin nochmal fertig André de Vries Moinsen habe ich alles den romaten brauchen wir noch was los ja schuldigung was muss schuldigung kommt nicht wieder vor in diesem jahr da hinten ist alex mit dem versunkenen 7r schiebt ein bisschen dreck vorm frontgewehr drum leute trifft man dann irgendjemanden zufälligerweise morgen in wagendorf 2 zum träger trägt kann das sein ist das nicht morgen übermorgen morgen ist night pulling auf sonntag essen hören sonntag ist schlechtes wetter man wohl kein also mich zumindest nicht schau wenn man also wagen dort ist am 22 23 und was haben wir dann ist das ja noch gar nicht dieses wochenende ich bin ein wochenende zu früh was denn los man hängt doch sonst hinterher oder ja normal hänge ich hinterher ja da könnte gutes wetter sein ja wen trifft man da fürchtdorf nicht fürchtdorf komme ich nicht nene hat das sind noch ein paar baum hier aber so viele auch nicht mehr nein so viele auch nicht mehr geht ja warst du schon mal bei traktor pulling ja also das war sie das ganze normale nicht dass mit den selber hochgezüchteten prototypen da habe ich auch keinen spaß dran glaube ich das zu sehen also wenn die normalen standard traktor aufgerüstet haben da habe ich spaß dran das zu sehen wie das qualmt und fetzt aber die richtigen was richtig traktor pulling ist dass da hätte ich auch gar keinen bock muss ich sagen weiß nicht zwölf zylinder wurst dosen da willst du eine richtige schlepper sender auch auf dem feld unterwegs ist richtig ich triff sinne ja das habe ich mir gedacht aus österreich wenn du aus österreich kommt dann steady moin läuft bei uns auf jeden nach wittenberg leon leon wieso schreibst du es da rein das tut mir doch auch weh wenn du das rein schreibst ich habe gar nichts gemacht oder wird es nur ein befehl ausprobieren habe ich mir noch mal eine ins gesicht und dann in dem gelände wo kann man die map download nirgends gibt es nicht hier gibt es nur auf teammitglieder festplatten jetzt schwarzer bildschirm ist wir machen immer so lange wie wir lust haben und dann hören wir auf einfach wir machen uns da keinen stress immer geben uns eine zeit vorgabe kann auch sein dass es eine stunde ist kann aber auch sein dass es sieben stunden sind oder acht stunden oder so nekro hd 19 an alles passieren nekro hd 19 an alle da kommt der leckste Hast du da ein Otternest auf dem Kopf, bist du wie Knackterasmus? Cooler Lexion, ja, den kennt ihr alle. Ist ja frei downloadbar, an dem hier ist auch nichts verändert. Ihr wisst auch, wo es den gibt, ne? Doch, 100% ich slipper, 100% Hallo, Tag, HDAVS, Moinsen, Müller, René, auch Moinsen. Lexa hat den Channel verlassen. Tschüss Lexa. Warst du schon mal Traktoziem? Ich selber nicht, ne. Nein, Justin Kyle, Moin. Osternest nicht, Otternest. Ne, habe ich nicht, wieso? Sieht das so aus? Ich habe hier ziemlich viel freie Fläche auf dem Kopf, ja. Black Brothers, Moin. Ja. 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 Ach, Spider. Du hast das gleiche Headset wie ich. Das Headset ist gut, oder? Ja, Crafterfreaks. Also vom Hören und so, das Mikro, die Qualität finde ich persönlich jetzt nicht ganz so gelungen. Aber es gibt schlechtere, ja. Auf jeden Fall. Der Sitzkomfort von diesem Headset ist absolut genial. Das Ding kannst du zwölf Stunden auf dem Kopf haben, dir tun nicht die Ohren weh. Ähm. Das ist einfach geil, ne. Das kann man nicht anders sagen. Jo. Und Coopy Style. Auch dir, danke fürs Abo. Schön, dass du dabei bist. Was für eine Map ist das? Ausrufezeichen Map. Jungs, Stream-Beschreibung lesen. Dann kann man sich viele Fragen ersparen. Echt? Machst du? Richtig cool. Nimmt irgendjemand für dich ein Video auf? Sollen sie mal machen? Sven hat den Channel betreten. Hallo, Sven. Keine Talkpower, wa? Oh, hatte. Hallo. 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 Die Städte joinen. Mach mal. Hexenperle Bettina. Und Nightfool HD. Auch dir, danke fürs Abo. Schön, dass du dabei bist. Äh. Hexenperle Bettina. Trucker Peter und mir gefällt dein Stream. von uns beiden die Daumen hoch. Dankeschön, Hexenperle Bettina. Du bekommst auch zwei Daumen. Kresse? Meinst du, Ricky? Ich glaub, das hilft nicht mehr. Der Zug ist wohl abgefahren. Das ist, ich glaub, auf meinem Kopf hier, da wo die freien Stellen sind, ist wie als ich mal zur Vatertagstour war und danach wiederkam. Da hab ich bei meiner Mutter in den Garten gegöbelt. Da ist die nächsten zehn Jahre nichts gewachsen. Wirklich nichts. Das ist kein Spruch, das hält mir meine Mutter heute noch vor. Was Lippert, das kannst du natürlich haben, ne? So, jetzt wird der Preis hier doch enger. Zwei, zwei noch, ne? Ja. Drei. So, die und dann noch zwei hinterher. Oh, stimmt. Nee. Nee. Ist die letzte. Er täuschte gerade ein bisschen. Ja, stimmt. Tobias, 1998. Moinsen. Dirk, auch moin. Die Black Brothers. Lass krachen. Jo. Jo. Smokvie. Sieh, dann haben wir einen Acker ja schon mal runtergerobbt hier. Hm? Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird hier nicht. Wie mit deinem Gejoine? Ihr könnt euch doch noch bewegen, oder? Logo. Ja. So, wieder da. WB. Versuch, was wir, wer es wert? Ich glaube nicht. Habt ihr alles ab? Noch nicht ganz. Kannst aber abfahren vorne gleich. So, Arbeiter, ne? Normaler Arbeiten. Jemand, der noch produktiv was für die... Ah, jetzt geht's. Jetzt kommt man nicht hin Kloch. Für die Wirtschaft tut. Hat ja nur drei Minuten gedauert. Geht ja schon. Ich hab das aber neuerdings komischerweise auch. Bei mir ist das seitdem das Gülle Pack drauf ist, glaube ich. Dass es jetzt länger dauert. Nur gestern Gerstensaft. Jaja, das stimmt. Es ist ja auch kein Alkohol drin. Hast du recht. Naja, der Rasmus hat gestern öffentlich und live Gerstensaft getrunken. Wie, wart ihr zusammen unterwegs? Oder auf Instagram? Auf Instagram hat er einen Livestream gestartet. Nein. Oha. 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 Siehste? Es dauert. Und es dauert. Soll ich denn gleich anfangen mit Gülle fahren hier drauf? Slipper, ich wünsche dir entspanntes Osterfest und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Einer kann gleich erst mit die Anhänger vorne abfahren, würde ich sagen. Also Harzer. Na, wenn du das meinst, dass ich Harzer bin. Ich weiß ja nicht, ob du schon arbeitest, aber wenn man hier nicht unbedingt Preis gibt, was man so macht, ist man dann gleich ein Hartz-IV-Empfänger. Weiß ich nicht, ob du mit der Meinung nicht ziemlich alleine dastehst. Kannst ruhig sagen, dass du bei der Steuerfahndung bist. Nee, das darf ich ja nicht sagen. Die haben mein Gesicht gesehen. Ach so, das ist auch doof. Also Harzer. Lustige Kinder gibt's. Mach das mal, Ricky. Habe da mal drauf gedrückt, was rausgaben wusste ich nicht. Nee, das glaube ich, dass du da zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt wusstest, was du da tust. Nehme ich an, aber man kann sich das ja nachher nochmal angucken, oder? Oder Bauer. Wir haben gelernt, es kam mal jemand rein, wir haben gelernt, es heißt Landwirt. Bauer soll man nicht sagen. Maler. Nee, Maler auch nicht. Warum spielt man LS? Just for fun, oder? Ich tue das nicht. Das Spaß macht. Verstehen. Das macht man schon. Just for fun, ja? Das siehst du recht. Weil man da einfach Bock drauf hat und die meisten sicherlich auch einen Bezug zur Landwirtschaft irgendwo haben. Rasmus, ja. Das wär dein Job. Aber Ratte, bleib doch mal stehen, ich komm gleich her. Oder so. Landwirt Grube in Holstein. Ist auch so. Ja. Erste Vorderer, ja. So. Warte noch die Vorderer. Letzte Reihe hier. Viel, viel dürfte hinten nicht mehr fehlen. Die Berufsbezeichnung Landwirt zu führen. Ja. Richtig. Ist ja auch so. Ich mein, unser Follow Alert ist ja auch, wir machen das ja hier zum Spaß. Und unser Follow Alert, du bist jetzt ein Bauer. Weißt du, haben wir ja auch reingeschrieben. Aber das haben wir ja, haben wir auch bewusst gemacht. Und wer das versteht, der ja, der hat vielleicht auch ein bisschen Humor. Wer das nicht versteht, der hat halt sehr wenig Humor. Oder den Fall, oder nicht unseren. Aber ich hol ihm den Rest ab. Es heißt nicht Landwirt, sondern Fachmann für Agrartechnische Aktivitäten. Der ist auch nicht schlecht. Fachmann für Agrartechnische Aktivitäten. War das nicht der Agrarflächendesigner? Bist du schon in echt Trecker gefahren? Wenn du mal bei uns auf unsere Videos durchguckst, dann siehst du das sogar, dass ich da schon mal Trecker gefahren bin. Und John Deere 2850. Ansonsten gibt es keine Videos bei uns auf dem Kanal, wo ich Trecker gefahren bin. Aber ja, schon so ein paar. Früher mehr, heutzutage echt weniger, weil jetzt habe ich gar nichts mehr mit der Landwirtschaft zu tun eigentlich. Und Landwirt Grube in Holstein. Ich danke dir für das Abo. Schön, dass du dabei bist. Doch, so ein paar Sachen haben wir schon gemacht. Früher Mais häckseln, Grassilage, dies, das, jenes, Feldbestellung und so weiter und so fort. Doch. Und dann musste ich in eine Lehre, ne? Ist doch egal. Ja. Ist auch so. Ich meine, privat und Spaß. Nur weil ich hier, ich verkörper hier ja nicht mein Leben quasi. Deswegen denke ich auch, dass es relativ egal ist. Ich meine, ich kann das ruhig sagen, aber ich sehe da nicht immer die Notwendigkeit, ne? Das Spiel ist ja schon chillig, aber würde es wohl nicht selbst zotten. Nö, du, das muss ja auch immer jeder selber wissen, ne? Ist ganz einfach so. Und ich glaube, nur auf das Spiel kommt es ja auch nicht an, ne? Es wird viel zu oft, wir sind fertig übrigens. Ja. Viel zu oft Wert auf das Spiel gelegt und nicht auf den Streamer. Das sehen wir zum Beispiel bei Herrn Berg, wenn der was anderes streamt. Das interessiert die Leute einfach gar nicht. Und die gucken einfach nicht zu. Und dann ist auch schon ein bisschen schade, finde ich. Dass man dann nicht irgendwie den Chat belebt und mit dem Streamer so eine Konversation hält. Die Superkarte ist maßgebend draußen. Jo, du, wir hören auch nicht auf. Nur wenn halt keine Zeit ist, machen wir es halt nicht, ne? Wenn Zeit ist, dann streamen wir gerne, wir haben mal Spaß dran. Aber wenn keine Zeit ist, dann gibt es halt mal nichts, ne? Und wenn uns das Real Life irgendwie gerade ein bisschen mehr interessiert oder wir halt draußen sind und dabei noch die Gelegenheit haben, irgendwelche Real Life Videos zu machen, dann nehmen wir das natürlich als erstes wahr, ne? Weil im Winter können wir immer noch drinnen sitzen und 24 Stunden LS zocken. Am Wochenende. Wer hätte ohne Aninger wieder kommen können. Wo sind die Schneidwerkswagen? Vorne, wa? Kannen wir mit Zubringer? Äh, muss ja, ne? Eine mit fetteren Containern. Äh, kann, ja. Weiß, ne? Da vorne stehen die noch nicht mal auf dem Acker hier. Wir können auch noch anzählen vorher. Wo denn noch? Die letzten müssen wir noch anzählen, die drei müssen wir noch anzählen und die 20. Michael, moin. Ähm, Radde. Genau das Richtige für den Feiertag, jo. Hallo, Ruf. Oha. Oha. Schlecht, die haben nur noch 12% im Überladewagen und die beiden Anhänger hier sind voll. Schön durch den Busch. Ah, normal. Ah, ist egal. Und laden wir hierher stehen und bringen die noch mal weg. Zu weit. Nochmal ein bisschen lenken. Boah, das hat ja mal geklappt. Meine Güte. So, noch ein Pfeiler mit wegkarreln und... Christian, habt ihr Schweine? Ja, mittlerweile haben wir ein paar, aber ich weiß gerade gar nicht, wie viele. Wir können ja mal eben drauf gucken, wie viele wir haben. Wir haben 134 Schweine schon. Moin. 28 Schafe, 190 Kühe. Ist eine Hausnummer. Wir wollen auch gepflegt werden, ne? So, den machen wir mal aus. Das hier auch. Hier gehen wir mal so raus. Und dann haben wir ja noch ein bisschen was hier zu vergeben. Ich muss erstmal den Nightbot wieder aufrufen. Wir werden uns gleich wieder ein Wort ausdenken. Vorher nochmal. Die Trinkflasche habt ihr vorhin sicherlich schon gesehen. Von New Holland. Ich packe die nochmal richtig aus. Vielleicht kann man dann mehr sehen. Für heiße, kalte, warme, flüssige, zähflüssige Getränke. Hier. Wir haben nochmal einen Amazone Kugelschreiber. Ein Amazone Schlüsselband. Ein Amazone Flaschenöffner. Hier nochmal ein kleines Kartenspiel dazu. Von der Firma Agravis. Und als eine Fliegenklatsche hatte ich schon gezeigt. Die ist immer dabei. Und als großes Gimmick quasi das Nord-West-Gaming-Mousepad. Ich hoffe, das könnt ihr sehen so. Mit unserem Logo drauf. Mit unserem Logo drauf. Das werden wir jetzt mal verlosen. Ich werde da mal wieder ein Wort vorgeben. Vergesst bitte nicht. Ihr müsst, wenn ihr gewonnen habt. Müsst ihr uns eine Privatnachricht auf YouTube schicken. So schnell es geht. Wirklich. So schnell es geht. Bei uns auf dem Kanal. Kanal Infos. Und dann auf Nachricht senden. Welches Wort nehmen wir denn? Warte. Fahr mal weiter. Ich nehme mich hier vorne hin. Ähm. Wir machen mal das Bildchen da hin. Und die machen wir da mal hin. Ähm. Ne, ne, Rasmus. So weit sind wir noch gar nicht hier. Ähm. Wir nehmen das Wort Gurke. G-U-R-K-E. Das G groß geschrieben. Kann man das auch bei euch kaufen? Nein. Das kannst du nicht bei uns kaufen. Das sind jetzt die letzten Mauspads, die wir überhaupt noch über haben. Danach müssen wir erstmal wieder welche bestellen. Und dann äh. Verlosen wir auch wieder welche. Also einfach Gurke. Genauso wie André de Vries das gerade in Chat geschrieben hat. Nicht Fenster Spider. Marktkauftüte. Die Marktkauftüte. Kann man das auch. Oh. Michaela schreibt. Auch Gurke. Siehste. Das läuft doch. Ben. Kann ich gleich Gülle fahren? Ja. Gurke ist falsch geschrieben Jack Daniels. Wenn ich einen neuen Hohen unterkriege. Ich habe heute wirklich. Wollen wir hier tauschen? Einfache Wörter genommen. Aber es sind ja schon viele dabei. Richard Merkel. Auch dir. Danke fürs Abo. Schön, dass du dabei bist. Jo. Einfach mal Gurke da reinhauen. Spider LP. Du bist äh. Ja. Jetzt hast du das mit zwei Accounts gemacht. Das ist ja. Da muss ich mal direkt nach suchen. Dann mach ich den Glöss zubringen. Ist beschiss. Damit bist du dann von der Verlosung hier ausgeschlossen. Mit zwei Accounts. Die den selben Namen tragen. Sich da anzumelden. Äh. Das ist ein bisschen unfair. Das ist ja quasi. Das erhöht ja deine Chancen. Jeder macht das hier mit seinem eigenen Account. Und du postest das auch noch 23 Mal da rein. Spider. Das geht überhaupt nicht. Aber muss ich dir ganz ehrlich mal sagen. Das ist absolut scheiße. Und du weißt, dass man das nur da einmal reinschreibt. Kenka HD Fan 2. Auch dir danke fürs Abo. Schön, dass du dabei bist. Und Justin Kuhlmann. Auch dir danke fürs Abo. Schön, dass du dabei bist. Und Moin Justin. Jo. Du hast das nur mit einem gemacht. Genau. Und deswegen heißt der andere da oben auch Spider. LP. Genau denselben Namen. Warum bist du auch ausgeschlossen? Hast du Gurke geschrieben? Ja, richtig. Unsere Moderatoren können auch nicht mitmachen. Das ist ganz normal. Deswegen sage ich das ja mit dem zweiten Account. Und da braucht man sich dann auch nicht rausreden. Absolut unfair den anderen gegenüber. Wie kann man mit der Verlosung mitmachen? Kenka HD 2 Fan. Einfach Gurke in den Chat schreiben. Dieses Wort, was hier steht. Einfach reinschreiben. Das machst du da nochmal. Ich hau mir da nochmal. Schnell einen Hals. Oder auch nicht. Guck in den Chat schreiben. 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 Warten wir nochmal. Siehste. Kenka, jetzt müsstest du auch. So. Siehste. Da bist du dabei. Da steht's. Aber nur einmal bitte. Einmal reicht. Einmal. Einmal. Fakten Gaming 69. Nicht spammen. Genau. Und dann Johannes Gurke richtig schreiben. So wie es da steht. G groß. Die restlichen Buchstaben klein. Das wäre Optimum. Danach. Derjenige der gewonnen hat. Nochmal. Uns auf YouTube sofort eine Privatnachricht schicken. Mit der Adresse und dem richtigen Namen. Also bei uns auf dem Kanal. Kanal Infos. Und dann auf Nachricht senden. Beachtet eure Einstellung bei YouTube. Dass das auch sichergestellt ist. Öffnet euch das am besten jetzt schon im zweiten Tab. Und guckt ob ihr das könnt. Ansonsten. Ach Danny. Damit hast du einen Freiflug gewonnen. Herrlich. Danny Köhler. Du bist richtig lustig. So wieder da. Ja WB. Na ihr Cybermonkeys. Na du. Ich bin deine Lammkeule verhaftet. Ja ja. Sehr gut. Schönste. Ne nicht TeamSpeak. Das brauchen wir. Genau. Kannst du jetzt mit der Verlosung beginnen. Maggi. Wenn du nur wegen der Verlosung hier bist. Dann. Tut es mir leid. Bitte rechts oben in der Ecke das X klicken. Das müsste dann ja. Jetzt muss ich unbedingt. Oder da. Irgendwo da. Einfach mal drauf klicken. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Solche Abonnenten brauchen wir nicht. Die nur wegen irgendwelchen. Eeeh. Verlosungen hier sind. Sag ich dir ganz ehrlich. Jo. Machen wir aber jetzt. In 3, 2, 1. Ja. Hat ja gut funktioniert. Aber da wir wissen, dass Spider LP das gecheatet hat, rollen wir direkt nochmal aus. Ls17 Streamer. Ls17 Streamer. Ls17 Streamer. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das hat ja super funktioniert mit dem raus Streichen hier. aber LS17 Streamer schreib uns bitte jetzt sofort eine Privatnachricht Lars Frese, moin dein Links genau, mein Links schreib uns bitte jetzt eine Privatnachricht auf YouTube und dann mit deiner Adresse und deinem richtigen, vollständigen Namen dann können wir dir das auch zuschenken ja, ist los und auch immer wieder geil wie ihr dann auch gratuliert riesen Respekt an euch das ist auch nicht selbstverständlich und Spyder wir können uns nachher noch mal im TS kurzzeitig unterhalten glaube ich wenn du es möchtest lasse ich dir freigestellt ob du das möchtest also LS17 Streamer Marcel Rudolf auch dir danke fürs Abo schön, dass du dabei bist man, der hat das aber es kommt nicht da drauf an ob du es öfter reinschreibst oder nicht Andre kurz AFG erzählt nur einmal das tut er ist so es ist egal ob du 100 mal reinschreibst oder nur einmal deswegen bringt Spam einfach auch nichts habe hast du sehr gut das läuft ja da ist es schon sehr gut dann geht das Geschenk auch raus an dich ich habe die Nachricht erhalten wunderbar ja was bleibt uns noch zu sagen für heute ist auf jeden Fall Feierabend noch mal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner wir bedanken uns für den doch sehr angenehmen Morgen und Karfreitag den ihr mit uns verbracht habt hier danke noch mal ans gesamte Team hier inklusive Michaela dass ihr heute dabei wart noch mal danke für alle Donations danke für alle Abos ich denke mal wir sehen uns an diesem Wochenende bestimmt noch mal wünsche euch ein entspanntes und sage bis denn Tschüss das war ja bei der Stereo Janik ja den Daumen nicht vergessen jetzt ist es spät meinst du und damit sind wir raus kommt gleich und damit sind wir